ARD Radio 1 Hörbar Prost Mein Vater war immer der Fels in der Brandung für mich. Und ich feiere ihn auch gerne für das, was er damals geleistet hat, weil er es so verdient hat. Weil ich auch aus der heutigen Sicht oft denke, mein Gott, wie hat er das geschafft? Und wie hat er das irgendwie so spielerisch, wirkte das immer auf mich? Wie haben wir das gewuppt zusammen? Und was hat er mir mitgegeben, was mir jetzt so hilft, auch für mein Leben? Der Mut, den ich habe, die Furchtlosigkeit auch in vielen Dingen und dieses Anpackende und so. Ich bin ihm so dankbar dafür. Radio 1, Hörbar Rust, nur für Erwachsene. Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen zu dieser Radiosendung oder zu diesem Podcast, je nachdem, wie Sie dieses Gespräch hier hören werden. Meinen heutigen Gast habe ich einmal schon kennengelernt beim anderen Gespräch und ich habe von ihr den Satz gelernt, besser haben als brauchen. Und um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie jetzt. Radio 1, Hörbar Rust. Vielleicht lebt unser heutiger Gast in der besten aller Welten. In einem selbstgewählten Spagat nämlich. Mit einem Bein steht sie im ruckeligen Medienbusiness, vor der Kamera, sichtbar also, mit sehr hohem Bekanntheitsgrad. Das andere Bein aber steht fest und sicher irgendwo im Matsch und auf einer Wiese, im Hintergrund gackert und schnattert es. Die Fernsehmoderatorin und Spiegel-Bestseller-Autorin Judith Rackers, Sie werden es bestimmt schon mitbekommen haben, krempelte ihr Leben vor ein paar Jahren gründlich um. Kaufte sich ein Stückchen Land mit einem alten Häuschen irgendwo in der Pampa vor den Toren Hamburgs. Abgeschnitten von jedweder Zivilisation und machte sich ans Werk. Dass dies mehr sein würde als eine reine Aussteigerfantasie, war für die 1976 geborene ehemalige Tagesschausprecherin schnell klar. Denn Chaos hin oder her, alles daran fühlte sich richtig und sehr, sehr gut an. Das tut es bis heute. Inzwischen allerdings grünt und blöd und summt und brummt es auf ihrer kleinen Farm, wie sich auf Instagram, in ihrem Podcast und in mehreren Büchern sehr schön verfolgen lässt. Herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein, weil wir auch einen Hund mit im Studio haben. Ja, du bist einfach, man merkt schon, dass du tierfixiert bist, weil dieser Hund ist immer hier im Studio. Und du bist ja eigentlich ein Katzenmensch. Du hast wie viele Katzen gerade? Ich bin grundsätzlich ein Flauschmensch, würde ich sagen. Also alles, was Flausch hat, finde ich grundsätzlich gut. Es sei denn haarige Spinnenbeine. Die finde ich nicht so toll. Aber Katzen und Hunde sind mir gleich lieb. Ich habe nur selber halt drei Katzen, weil ich mit dem Job der Tagesschau das nie verbinden konnte, einen Hund zu haben, wegen des Schichtdienstes und wohin dann damit. Dann kann man den ja auch nicht abgeben über Nacht und so und an den Wochenenden. Und deswegen habe ich keinen Hund. Ich hätte unglaublich gerne einen. Und zwar am liebsten so einen wie du, der aussieht wie Fuchur der Glücksdrache aus der unendlichen Geschichte, nur in klein. Aber der dürfte bei mir, dürfte der so einen Meter größer noch sein. Es heißt ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass du gar keine Tagesschausprecherin mehr bist. Das heißt, theoretisch könntest du dir ein ganzes Rodel anschaffen. Ja, ich bin auch wirklich kurz davor. Also ich habe schon viel gegoogelt, was es so für Hunde gibt und was dann jetzt perfekt wäre und wo man denn heutzutage jetzt am besten einen herkriegt. Da gibt es ja auch viele so Rettungsorganisationen und Tierheime sind überfüllt. Also ich habe noch keine letztendliche Lösung gefunden und bin auch immer noch so ein bisschen zögerlich, weil ich ja jetzt durch den Ausstieg bei der Tagesschau natürlich eine unglaubliche Freiheit habe in meinem Leben. Ich habe ja früher an den Feiertagen gearbeitet, am Wochenende und das ist jetzt erstmals weg in meinem Leben. Und so ein Hund ist natürlich wieder eine Verantwortung, die einen auch so ein bisschen bindet. Und das ist das Einzige, was mich jetzt noch abhält. Aber mein Herz schreit ja. Und daran merkt man, dass das mit der kleinen Farm, dass das alles nur Kulisse war. Du bist voll in die Falle getappt, denn so ein Riesengarten, 4400 Quadratmeter, Katzen, Hühner, all das muss ja eigentlich auch gegossen und gefüttert werden, dass es das offenbar ja gar nicht gibt. Damit hast du dich jetzt gerade verraten, du hast von der Freiheit gesprochen, die du ja mit diesem ganzen Anhang unmöglich haben kannst, oder? Nein, aber das ist wirklich ein Irrglaube, der herrscht. Also dem bin ich auch damals verfallen, dass ich immer dachte, wenn man Gemüse anbaut und jetzt sowas wie Hühner hat, dann muss man auch immer da sein. Muss man nicht? Nein, muss man nicht. Also das Gemüse wächst interessanterweise von alleine. Also man muss den Samen zur richtigen Zeit in die Erde legen, natürlich gießen. Wenn wir jetzt keinen Regen hätten, müsste man eben gießen, ansonsten macht das der Regen. Und man könnte es sich unglaublich leicht machen, indem man nur Gemüsesorten anpflanzt, die einfach Samen in die Erde nie wieder was machen. Und dann muss man auch gar nichts machen. Weil so ein Mangold, wenn der einmal gewachsen ist, dann kannst du auch sechs Wochen in den Urlaub fahren. Du kommst wieder, er ist immer noch im Beet, du kannst ihn immer noch abernten, er wächst immer noch ständig wieder nach. Und so ist es halt bei ganz, ganz vielen Gemüsesorten. Ach, das ist toll. Und meine Anfänge und skeptischen Projektionen, dass ich so denke, ja, dann haben die Schnecken es gefressen, dann hat es sechs Wochen nicht geregnet, dann sind die Katzen verhungert, weil keine Maus vorbeikam. Sind das denn die Katzen-SelbstversorgerInnen? Die Katzen lassen sich von mir catern. Ja, also sie gehen in den Garten und ich glaube, dass sie dort auch essen, weil ich habe kein Mäuse- und Rattenproblem, obwohl ich Hühner habe und das Pferd ab und zu zu Besuch ist. Und wenn Getreide irgendwo rumliegt, hast du eigentlich auch immer irgendwie Nagetiere. So, also ich habe das nicht. Offenbar räumen die Katzen da auf im Garten oder sie verstecken sich einfach gut genug. Neulich wohnte mal eine hinter der Waschmaschine. Eine Katze, eine Maus. Eine Maus. Eine Maus und die hatte sich, also ich habe da mehrere Schlüpfer von mir gefunden. Sag es ruhig, wie es ist. Die sie sich aus der Wäsche gezogen hatte, um damit ihr Nest zu bauen. Also es war, ja, interessant, weil ich meine, ich habe drei Katzen in diesem Haushalt, aber die Schlüppis waren nicht sicher. Die Frage ist, warum braucht sie so viele? Vielleicht waren es G-Strings, aber ich habe ja neulich gehört, da stand die ganze... Ein Hauch von nichts, Bettina. Da stand die ganze Pressekopf. Judith Rackers, was ist so, Klima, Inflation, Krieg und dann aber eigentlich in doppelt so großen Buchstaben. Judith Rackers läuft nackt durch ihr Haus. Da hast du in einem anderen Gespräch einfach gesagt, dass du, ja, also ich glaube, du wurdest gefragt, ich habe es nicht gehört, aber ich habe es natürlich gelesen, was du denn tust, wenn du so allein bist. Weißt du, das ist ja so eine Situation, ich war in so einer ganz harmlosen Sendung, in so einer Nachmittagssendung im Regionalfernsehen, also toll moderiert natürlich von einer super netten Kollegin und die hatten so ein Spiel in dieser Sendung, dass da so verdeckte Karten lagen, da waren dann eben so Fragen drauf, die man sich vielleicht sonst nicht so traut, im Gespräch zu stellen. Und ich habe dann eine Karte gezogen, ihr die gegeben und sie hat das dann vorgelesen. Und da stand drauf, was machst du, wenn du ganz alleine bist? Und dann bist du in dieser Live-Sendung und überlegst, was sage ich jetzt, was nicht verfänglich ist und was keine Schlagzeile gibt und du überlegst, ich sage jetzt nichts mit Pupsen, ich sage jetzt nichts mit Popeln, ich sage jetzt, was könnte ich sagen, was könnte ich sagen, das sind dann so Sekundenentscheidungen. Ja, alles, da habe ich gesagt, ja, also alles, was so mit nackig zu tun hat. So geil, wenn ich kurz auf Pause drücken darf, was sage ich, was nicht verfänglich ist und was keinesfalls zu einer Headline führt. Jetzt frage ich mich, wie andere Antworten ausgefallen wären, ganz ehrlich. Ja, das war dieser Überraschungseffekt, der natürlich auch total kalkuliert wird bei solchen Spielen. Aber ich habe dann gesagt, alles, was mit nackig, und dann fragte sie mich, ja, wie, und da ist dann nie jemand dabei. Und dann merkte ich schon, oh je, das geht jetzt hier in eine ganz komische Richtung und habe dann versucht abzubiegen, indem ich gesagt habe, ich möchte einfach Jan Hofer nicht in der Sauna begegnen. Oh. Und er schrieb mir daraufhin dann, als das ausgestrahlt wurde, Übrigens, Judith, also Jan Hofer, ich gehe morgen Abend in die Sauna. Also es war sehr lustig. Ja, also ich bin mal gespannt, ob es auch nach unserem Gespräch Schlagzeilen gibt, wie du mich aufs Glatteis fühlst. Wahrscheinlich nicht, aber wir werden ab morgen, wenn wir mit beginnen, auch diese komischen Karten, wir schreiben uns die selbst mit verfänglichen Fragen. Ja. Und ja, wir brauchen einfach auch einen guten Pressespiegel, müssen häufiger mal zitiert werden. Aber weißt du, du hast es geschafft, dass ich in diesem Podcast über Schlüpfer geredet habe, ohne dass du mir eine verfängliche Frage gestellt hast. Das ist richtig. Das ist eine große Kunst. Und das ist erst der Anfang, wie wir wissen. Oh ja. Gut, dann starten wir mit der Musik. Otis. Yes. Würdest du ja heißen, wenn du ein Junge geworden wärst. Genau. Ich heiße ja mit zweitem Namen Deborah, also ich heiße Judith Deborah. Und wäre ich ein Junge geworden, würde ich heißen Otis Abraham. Ja, schweres Schicksal. Lieber Deborah? Ja gut, egal. Nein. Also, mein Vater ist ein riesen Otis Redding Fan gewesen. Der hat in so einem Beat Club als DJ gearbeitet, als er jung war. Und wir haben deswegen immer nur diese wirklich coolen Soul-Lieder zu Hause gehört. Das war halt die Playlist meines Vaters. Und ich war natürlich unglaublich glücklich darüber, weil das einfach coole Musik war. Und alle anderen in meiner Klasse hatten dann irgendwie so, dann hörten die Eltern Engelbert oder halt Deutsche Schlager. Und das war natürlich maximal uncool damals. Und ich hatte halt einen Vater, der so richtig gute, diese ganzen alten Motown-Klassiker und so gehört hat. Und da war ich immer so ein bisschen stolz. Und das hat natürlich auch meinen Musikgeschmack geprägt. Also ich war immer auch so ein kleines Black-Music-Mädchen. Bin ich immer noch. Und hat er Platten aufgelegt oder lief das? Gab es einen Radiosender, den ihr gehört habt? Nee, er hat Platten aufgelegt. Er hatte eine große Langspiel-Platten-Sammlung. Und da waren halt richtig coole Sachen dabei. Auch so Simon & Garfunkel und ja, tolle Sachen. Musik Sittin' in the morning sun I'll be sittin' when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah Früher war die Quote ihr Feind. Heute sind es Habicht, Fuchs und Marder. Kannst du mir überlegen, die Quote mein Feind. Okay, ja. Stimmt. Ja, heute sind es handfeste Tiere, die möglicherweise in einen deiner Käfige eindringen und so ein kleines, unschuldiges Kaninchen oder ein Hühnchen mitnehmen. Aber auf diese Farm gelangen wir erst später. Wir fangen ganz vorne an. 1976 bist du in Paderborn zur Welt gekommen. Aber nur weil Bad Lippspringe, dieser kleine beschauliche Ort, in dem du aufgewachsen bist, zu klein ist oder war, auch um ein eigenes Krankenhaus zu haben. Ja, wir haben da so Lungenkliniken für Asthma-Kranke. Aber Kinder kommen dann in Paderborn auf die Welt. Und man muss auch, wenn man aufs Gymnasium will, auch nach Paderborn. Deswegen habe ich auch mein Abitur in Paderborn gemacht. Aber ich habe zeitlebens nie da gewohnt. Ich war immer in Bad Lippspringe, ein kleiner Luftkurort am Teutoburger Wald. Ja, schön. Und das zweitletzte Haus vorm Wald, glaube ich. Ja, richtig. Also richtig so ein kleines Spitzdachhäuschen mit einem kleinen Gärtchen, kann ich mir das so vorstellen. Und habt ihr da schon Obstbäume gehabt oder irgendwie sowas in der Art? Kein einziger Obstbaum, kein einziger Beerenbusch und auch überhaupt nichts, was man essen kann. Also kein Gemüse oder so. Da war Rasen und da waren irgendwie auch, ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber da hat auch mal ab und zu was geblüht. Was ich aber auf jeden Fall noch erinnere, ist, dass es mich einfach null interessiert hat. Da war der Garten, der war halt da. Alle hatten da irgendwie so einen Garten da auf dem Land. Und ich fand das auch schön, da zu sitzen morgens und so und da zu frühstücken mit meinem Vater auf der Terrasse. Aber ich habe nie Lust gehabt, mich da jetzt aufzuhalten in dem Sinne, dass ich was pflanzen wollte oder was säen wollte. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde das sehr interessant. Mir ging es auch so, meine Großmutter hatte einen Garten, der, keine Ahnung, was waren das? Vielleicht 400 Quadratmeter oder so. Ja, vielleicht auch nur 300. Aber naja, standen schon ein paar Bäume. Also es war schon ein bisschen so Laubhaken und so musste man schon mit. Also ich mochte diesen Garten sehr, aber wie du sagst, ich habe mich nicht dafür interessiert, was da wächst und warum und wie das miteinander und so. Und vielleicht ist es auch typisch für Kinder. Vielleicht ist es untypisch, wenn ein Kind sich dem widmet oder so. Ich weiß aber, dass wir mal im Biologieunterricht, dass jeder von uns an der Grundschule eine Pflanze mitbringen sollte. Also auch säen sollte in einem, ich weiß, es war bei uns irgendwie so ein Honigglas mit ein bisschen Watte und dann Feuchtigkeit und dann so einen Samen. Und wie man dann sieht, so Tag für Tag, wie so ein Keimling kommt und wie das dann mehr wird und so. Das stank wahnsinnig. Meine Mutter hat das irgendwann weggeschmissen. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe das Ganze dann nochmal mit Dill gemacht und merkte, dass ich so eine, das ist ja im Grunde wie so ein Tamagotchi. Dass du, das ist auch absurd, dass wir etwas Erfundenes, Technisches der Natur gleichsetzen. Das ist halt umgekehrt. Also der Tamagotchi ist ja naturnachempfunden. Natürlich, man entwickelt eine Art von Sorgfaltspflicht und Verantwortung und auch Freude. Das habe ich schon damals gespürt. Man ist auch stolz auf sich. Total. Wenn da was gewachsen ist. Das hat man ja dann geschafft. Aber wo ist dann der Missing Link? Also das ist, also einerseits ja, ich habe das gesehen, da entsteht was, dafür habe ich gesorgt, dass es entsteht, diese Pflanze. Und dann aber überhaupt kein Interesse eigentlich für das, was da wächst im Garten. Ach so, ja. Also das, was du da beschreibst, dass du dieses Aha-Erlebnis hattest, das hatte ich ja gar nicht. Also ich habe mich einfach nicht interessiert dafür, für das Thema Garten und habe dann auch gewohnt, immer in Wohnungen, wo nur halt ein Balkon war und fand das mega. Also der Balkon musste auch nicht groß sein, weil ich wollte da eh nichts drauf anpflanzen. Und in meinen Wohnungen, wenn ich da mal irgendwie so Gäste bekam und dann irgendwie so eine Orchidee im Supermarkt gekauft habe, dann hielt sie auch genau diesen Abend, wo ich Gäste bekam. Und dann war sie schon wieder dem Ende nahe. Also das war einfach wirklich fürchterlich mit mir und Pflanzen. Und deswegen dachte ich auch, okay, kein grüner Daumen, sagt man ja immer so, ist halt nicht mein Thema, habe ich andere Themen, ist nicht meins. Und dann hatte ich aber den Wolf-Dieter Stoll zu Gast in der Talkshow 3 nach 9. Der ist Selbstversorger und der ist Ethnologe und der sieht genauso aus, wie du dir das jetzt vorstellst. Der wohnt auf einem Bergbauernhof im Allgäu, hat lange graue Haare, so Dreadlocks, hat viel mit Naturvölkern gelegt. So habe ich ihn mir nicht vorgestellt. Ich habe mir einen Erdkundelehrer mit Korthosen vorgestellt, ehrlich gesagt. Nee, ja, nee, doch anders als ein Erdkundelehrer. Auch keine braune Ledertasche dabei, sondern seine zotteligen Haare. Und halt ganz viel Wissen über Naturvölker, hat mit irgendwie über Maya geforscht und keine Ahnung. Und der glaubt auch an Zwerge im Garten, dass eine Pflanze beseelt ist, also auch ein bisschen esoterisch. Das bin ich gar nicht. Ich bin total pragmatisch durch die Erziehung bei meinem Vater. Ich bin in Ostwestfalen aufgewachsen, das sind ja auch so Pragmatiker da. Und ich bin noch Steinbock von Sternzeichen. Das heißt, ich habe gar nichts Esoterisches in meinen Genen, glaube ich, irgendwie in meiner DNA. Und trotzdem hat mich das total fasziniert, dieser Gedanke, dass dieser Mann da auf einem Berg wohnt, also schon in Deutschland, in der Zivilisation. Aber er lebt auf diesem Berg und kann sich selbst versorgen, lässt das wachsen, was er essen möchte in seinem Garten. Und weißt du, was mich da getriggert hat? Der Gedanke von Freiheit. Kann ich verstehen. Weil man so unabhängig ist, weil man sich für sich selbst sorgen kann. Und das war mir in meinem Leben immer so wichtig, dass ich unabhängig bin und Freiheit habe, Gestaltungsspielraum. Und irgendwann habe ich plötzlich erkannt, dieses Thema Gemüseanbau und Selbstversorgen, das gibt dir das auch. Du bist unabhängig von Ladenöffnungszeiten. Ich war ja im Schichtdienst bei der Tagesschau. Und da ich auch nicht kochen konnte, jetzt kann ich so ein bisschen durch die Sachen, die in meinem Garten wachsen, war ich halt auch immer in der Situation, dass wenn ich Hunger bekam, hatte ich auch nichts im Kühlschrank zum Kochen. Weil ich ja immer erst dann ans Essen denke, wenn ich ein Hungergefühl habe. Und dann ist es zu spät, um irgendwas zu kaufen, vorzubereiten. Und das ist so toll. Ich gehe jetzt in den Garten, ich empfinde Hunger. Also irgendwann random am Tag. Dann gehe ich in den Garten und pflücke mir einfach was. Und esse das dann oder bereite das zu und bin total unabhängig. Es gibt zwei Situationen, die dich in mein Herz geschossen haben. Und zwar total. Ich kannte dich natürlich wie ein Symbol, wie eine Prägung auf einer Münze. Warst du ja einfach über so viele Jahre. Ich glaube, 2005 hat das angefangen mit der Tagesschau und dir. Also 19 Jahre insgesamt. Und das ist wie so ein Gütesiegel, wie so eine Marke. Und das hatte so eine Art von Perfektion, die mich aber auch nicht gestört hat, weil sie gehörte so dazu. Und dann irgendwann sah ich ein Foto von dir mit einer Stirnlampe. Und ich glaube noch irgendwie so ein bisschen Mutter Erde an der Wange oder sowas. Und darunter stand sinngemäß, ja, wenn ich nachts noch Hunger habe, dann jetzt müsste der Satz weitergehen. Dann fahre ich nochmal an die Tankstelle und hole mir eine Schokolade. Und du sagst, gehe ich irgendwie mit dieser Stirnlampe ins Beet und zuck mir irgendein Kohlrabi raus oder so. Also die Stirnlampe benutze ich immer nur, wenn ich Kartoffeln nach Mitternacht aus dem Beet hole. Sonst reicht eine Taschenlampe. Aber bei Kartoffeln brauche ich beide Hände zum Wühlen. Das finde ich gut. Und dann, wir haben ja schon mal ein Gespräch über Essen geführt. Und als du da gesagt hast, dass du eigentlich so jemand bist, der, wenn du so ein Jeper kriegst, auf was Süßes, hast du irgendwie gesagt, ich habe auch schon von einem sechs Jahre alten Lebkuchenherz. Den Zuckerguss abgekratzt, die Schrift, wo Schatzi stand, das war schon halb verwest, das habe ich noch gegessen. Wirklich, wenn ich einen Jeper kriege, dann ist es vorbei. Ganz schlimm, ehrlich. Oder so, weißt du, so Kakaopulver, wenn dann Schokolade und dann nimmt man mit einem Löffel und ist das so staubig, dass du erst mal einen Hustenanfall kriegst, aber es ist halt Schokolade. Ja, schlimm, wirklich. Ich hatte übrigens noch keine Schokolade im Garten. Also wenn die wachsen würde im Beet, das wäre wirklich... Alle Biologen kriegen jetzt gerade, du musst sagen, Kakaopflanze. Schokolade wächst nicht einfach, so die muss man machen. Aber Schokolade, ich fände es gut, wenn quasi Pralinen in meinem Beet wachsen würden. Also so wie Rosenkohl stelle ich mir das vor. Eine Staude, an der halt keine Rosenkohl-Kleinröschen wachsen, sondern Lindorpralinen. Oder was auch immer. Ja, gibt ja auch andere Marken. Mir fällt jetzt nur keiner ein. Okay, ich muss mich erst mal wieder fangen. Respekt hast du mitgebracht. Allianz Ethnik. Wofür steht das Lied denn? Das ist, ich glaube, das ist eine französische Hip-Hop-Band, von der ich wirklich auch nur dieses eine Lied geliebt habe. Das steht für einen Lebensabschnitt in meinem Leben, der auch ganz viel mit Freiheit zu tun hat, weil ich ja auf dem Land groß geworden bin. Und ich musste ja immer nach Paderborn, habe ich gerade erzählt, zur Schule fahren. Das heißt, ich musste so 40 Minuten mit dem Bus fahren und auch noch 10 Minuten hinlaufen zur Bushaltestelle. Und abends fuhr der letzte Bus, weiß ich nicht, um 23 Uhr irgendwie in beide Richtungen. Das heißt, man war dort unfassbar gefangen, wenn man kein Auto hatte. Und deswegen haben alle so dahin gefiebert, endlich den Führerschein. Das war die große Freiheit. Und dann hatte ich den Führerschein, aber natürlich kein Auto, was ich mir immer leihen musste, wenn mein Vater das nicht brauchte. Und dann habe ich mit 21, habe ich so einen Opel Corsa dann gekriegt. Und, oder ich glaube mit 20 sogar schon. Und dann bin ich mit diesem Opel Corsa gefahren und das war die Zeit, wo Allianz Ethnik im Radio lief. Dieser Song, den ich mitgebracht habe. Respect. Und das war für mich, ich verbinde das immer mit diesem Auto, wo dann auch so Wunderbäume drin hingen. Vanille und Kokosnuss. Immer obitzelnd. Und ich fand das mega, dieser Wunderbaumgeruch und mein eigenes Auto und dann dieses Lied. Und ich habe gedacht, boah, die Welt steht dir offen. Du kannst jetzt selber entscheiden, wann du nach Paderborn fahren möchtest. Ja, ja, ja. Autorin, sie ist, sprich dich aus. Ja, Spiel, 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 Teil ihres eigenen Spiels. Aber das klingt so metaphorisch. Du bist ja wirklich Merchandise-Mogulin geworden. Da kommen wir später noch zu. Du versuchst mit dem, was du den Menschen bringst, eine bessere Welt zu schaffen. Kleine Hochbitte für Kinder, Awareness. Das ist ein Kinderbuch, das zeigt, wie Pflanzen wachsen und warum Pferde nicht umfallen, wenn sie schlafen. Das gilt es auch noch zu klären in dieser Sendung. Wie es sein kann, dass Hühner nicht von der Stange rutschen, wenn sie schlafen. Wenn sie schlafen, ja. Ja, das sind die typischen Fragen, mit denen Kinder auf meine kleine Farm, auf meinen Hof kommen. Die rennen natürlich zuerst zu den Hühnern, dann rennen sie zum Pferdestall und finden das toll, wenn das Pferd dann da ist. Und dann gehen sie zu den Beeten und dann sehen sie lilanen Kohlrabi oder sie sehen Kartoffeln mit Punkten. Also Dinge, die sie noch nicht kennen. Und durch diese Neugierde entstehen ganz viele Fragen. Diese Fragen hatte ich früher nicht im Garten, weil da war alles so, wie es in jedem Garten ist. Aber in meinem Garten gibt es halt ganz viel zu entdecken. Und dann guckst du in leuchtende Augen von Kindern, die einfach jetzt plötzlich ein Interesse haben, weil sie das noch nie gesehen haben und das schön finden. Und wenn man dann die richtigen Infos gibt und sagt, naja, das kennst du nicht aus dem Supermarkt, weil die Sorten gibt es da nicht, aber du kannst dir das selber wachsen lassen. Das ist ganz einfach. Guck mal, nimmst du einen Samen, legst du in die Erde, machst ein bisschen Erde drauf, gießt das, dann wächst da was. Dann sind die sofort, ich sag mal, on fire und sagen, oh, das will ich auch ausprobieren. Und dann hast du einfach, ja, du hast so eine Saat da auch gelegt, die dann aufgeht und die natürlich am Ende immer zu was Gutem führt. Weil es ist dann gesunde Ernährung, es ist eine andere Wertschätzung, auch Gemüse und Salat gegenüber, auch bei den Kindern. Ich habe zum Beispiel so eine lilane Erbse bei mir im Garten, die heißt Blauweh Schockers, wie auch immer man die ausspricht. Die ist richtig lila, die Schote, und innen drin sind knallgrüne Erbsen, die kannst du auch so naschen. Die verteile ich dann immer. Also das ist schöner für die Kinder als irgendwie eine riesen Zuckerwatte auf dem Hummel. Und es ist halt gut und es ist die kürzeste Lieferkette der Welt, die du im Garten hast. Also es macht Spaß und es macht Stolz. Und ja, wenn sie dann bei den Hühnern sind, fragen sie natürlich, ja, und wo schlafen die? Und dann zeigen sie immer auf diese Legenester, weil sie denken, die legen sich da ins Heu. Dann sage ich, nee, die setzen sich da vorne auf die Stange und dann schlafen die. Warum fallen die nicht runter? Sag ich, ja, weil das sind ja Tiere, die früher, also immer auf Bäumen gesessen haben, um sich vor den Feinden, vor dem Fuchs und so zu schützen. Und dann musste die Natur ja was erfinden, dass das nicht passiert. Und so schließen die Krallen halt diese Stange, auf der sie sitzen, wie früher bei einem Ast. Und das ist so wie so ein Schließmuskel, ist jetzt falsch, das ist was anderes. Mechanismus. Mechanismus, genau, nennen wir es so. Und dann fallen sie halt nicht runter. Und können da ganz entspannt die ganze Nacht sitzen. Und das Pferd schläft im Stehen, damit es immer flüchten kann, weil es halt Fluchttiere sind. Und dann bist du sofort in einem Gespräch über die Tiere und über die Evolution und warum Dinge so sind, wie sie sind. Und mir macht das unglaublich Spaß, dann auch mit den Kindern zu sprechen. Ich lerne dann selber auch immer ganz viel. Manchmal weiß ich es auch gar nicht und sage, muss ich erst nachgucken. Und dann schaffe ich es mir drauf und dann erzähle ich es ihnen oder schreibe es in Bücher. Hast du gemacht. Dazu kommen wir auch noch, weil wir verlosen einfach auch so eine kleine Box. Ja, finde ich auch. Aber mich hat das interessiert. Ich habe das auch nicht gewusst mit den Hühnern. Ja. Weil es ist ja auch, mich wundert es auch immer, Sie müssen da auch mal drauf achten, wenn Sie spazieren gehen, dass oft auf dem höchsten, auf den Baumkronen sitzen manchmal Vögel, durchaus auch Tauben, ganz oben. Und die Äste sind diese ganz feinen Astausläufer, diese ganz dünnen Ästchen, biegen sich nicht. Das ist so irre. Ich kann es mir nicht erklären, also irgendwie sind diese Vögel sind ja auch nicht ganz leicht. Die Knochen sind, glaube ich, sind hohl. Das weiß ich nicht, ob das damit was zu tun hat, dass sie dann, I don't know. Also ein Huhn ist gar nicht so unschwer. Nee, finde ich auch. Und auch eine Taube ist, glaube ich, gar nicht so unschwer. Und doch sehe ich das ganz häufig, ich habe auch schon Fotos gemacht davon, dass es mich wundert, dass die Physik da, die Schwerkraft da irgendwie in dem Moment eine andere Idee hat oder ich erkenne es nicht gut genug. Okay, wahrscheinlich erkenne ich es nicht gut genug. Das kann auch sein. Meine Augen sind auch sehr schlecht geworden. Wie ist das mit deinen Augen? Schlecht geworden. Ja? Ja, aber das ist auch schön, finde ich. Das ist so beruhigend. Weil man sich selbst schöner findet? Ja, weil du hast diesen Weichzeichner, der ist ja auch so evolutionär eingebaut bei uns. Also mit zunehmendem Alter, wo du immer mehr Dinge entdecken könntest in deinem Gesicht, die vielleicht nicht mehr so sind, wie sie mal waren, lässt aber auch die Sehkraft extrem nach. Das heißt, du kannst dich eigentlich nur noch aus großer Entfernung im Spiegel scharf sehen. Bei mir ist es zumindest so. Und das hilft total. Das bringt eine Entspannung ins Leben. Ich möchte gar keine Brille aufsetzen, wenn ich im Badezimmer bin. Und auf der Farm ist es auch egal im Übrigen. Und das bringt eine unglaubliche Ruhe rein ins Leben. Das glaube ich. Zumal du ja wirklich noch, wir haben es vorhin gesagt, dich in diesem Spagat befindest. Denn du bist nach wie vor zu sehen. Du bist Moderatorin von drei nach neun. Du hast noch das Reisemagazin. Du wirst noch Galas moderieren und andere Sachen. Das heißt so dieses, jetzt leckt mich alle am Arsch. Es ist mir doch egal, ob ich einen Ansatz habe oder ob meine Haare stumpf sind oder meine Tränensäcke geschwollen. Und ganz so frei bist du da jetzt leider wahrscheinlich noch nicht. Stimmt, ja. Ich kultiviere mich dann aber immer, bevor ich auf eine Bühne gehe. Werden die Fingernägel sauber gemacht. Oder schwarz lackiert wahrscheinlich. So dunkel, ne? Richtig. Dunkelrot ist mein Tipp für alle Gärtnerinnen da draußen, die die Finger nicht mehr sauber kriegen. Einfach dunkelroter Nagellack und das Thema ist erledigt. Wirklich, das ist ein Lifehack. Du lachst jetzt. Der kann dich retten. Auf so einer Gala. Alle denken, Mensch, jetzt war sie wieder bei der Pediküre oder bei der Maniküre und du denkst, nee, war wieder barfuß im Beet. Kartoffelernte. Usher hast du mitgebracht. You make me wanna. Warum? Weil das mich erinnert an diese ganze Club-Zeit, die ich hatte während des Studiums. In Münster. Und ganz am Ende auch mal in Hamburg noch, weil ich habe ja mein Studium halt in Münster gemacht, aber bin dann eigentlich zur Direktpromotion, also Doktorarbeit nach Hamburg. Das war aber nur ein kurzer Ausflug, weil dann bin ich zum Fernsehen gegangen und habe die Doktorarbeit einfach nie zu Ende geschrieben. Aber in dieser Studienzeit in Münster, da gab es echt ein paar schöne Clubs, in denen man dann eben auch tanzen konnte und da lief dann auch R'n'B-Musik, weil es war damals die Zeit, so die 90er, in denen vor allen Dingen so Haus und Techno gespielt wurde. Und ich habe da gar nicht so richtig dann die Orte gefunden, wo meine Musik gespielt wurde, so Black Music, Hip-Hop und Soul und R'n'B eben. Und dieses Lied ist einfach eins meiner All-Time-Favorites. Also ich mag sowieso fast alles von Usher. Ich finde es großartig. Kennst du noch das Aftershave in Hamburg auf der Reeperbahn? Das gab es mal. Nee. Da gab es nämlich einen Gerd Bischof. Das ist ein ganz legendärer DJ gewesen und überhaupt Moderator und das macht er auch mit Sicherheit immer noch. Und das war so ein R'n'B-Gott. Oh Gott, können wir da mal zusammen hingehen? Meinst du, die lassen uns da noch rein? Wir bräuchten diese Zeitmaschine, um ungefähr 30 Jahre zurück zu fliegen. Wieso ist der verstorben, der Mann? Nein, aber wo soll der denn jetzt was? Keine Ahnung, ob der noch irgendwo auflegt. Ich kann versuchen, für dich einen Kontakt herzustellen. Ja, ich würde hinfahren. Ich war neulich mal wieder, vor zwei Jahren, war ich mal durch einen Zufall wieder auf der Reeperbahn in so einem Club. Und da lief auch meine Musik, aber alle waren so zwischen 17 und 19. Und ich habe gedacht, also ich fühle mich ja immer noch so wahnsinnig jung und knackig, aber ich habe dann so im Angesicht der Menschen um mich herum gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie auch gar nicht mehr deine Welt. Aber das kann ja auch nicht sein, dass wir uns, also wir machen da auch glaube ich was falsch. Wir können uns nicht beschweren, wir, wir jetzt als die Generation 50 plus minus 10 Jahre, sagen wir mal so. Ich glaube vielen von uns geht es so, dass wir Bock haben wegzugehen und zu tanzen. Es geht jetzt wirklich schon längst nicht mehr primär um irgendwie ne Flirts oder One-Night-Dance-Affären oder so. Ich will das nicht ausschließen, aber das ist ja jetzt nicht mehr. Ja, Moment oder wieder. Also das ist ja halt irgendwie sozusagen, das soll jeder und jeder machen, wie er will. Also früher war ich davon getrieben, es hat mich interessiert, neue Leute kennenzulernen. Ja, früher wollte man daten, wenn man rausgegangen ist. Das will man auch heute vielleicht unter Umständen zwischendurch wieder, aber vielleicht nicht mehr mit dieser Dringlichkeit oder nicht mehr mit diesem Selbstverständnis oder so. Mir würde es reichen, ein paar gute Songs ein bisschen zu tanzen, nicht zu spät so. Und wenn ich jetzt in so einen Club komme und da sind 19-Jährige, dann stört es die vielleicht gar nicht, dass ich da bin. Aber dann sollte es mich auch nicht stören, dass die da sind. Vielleicht müssen wir dann einen anderen Blick drauf haben. Denn in letzter Konsequenz werden wir sonst nie mehr in Clubs gehen können. Ja, ich glaube sogar, wir müssen weitergehen und sagen, wir müssen wieder alle mehr in Clubs gehen, weil dann ist das Verhältnis nämlich nicht mehr so, dass da irgendwie zwei Frauen sind oder eine, die irgendwie knapp 50 ist und der Rest ist 19, sondern dann sind vielleicht ganz viele 50-Jährige dabei. Aber diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil man fährt mal sowas Land und dann stehen dann so große Plakate Ü40. Nein, das ist entwürdigend. Ich finde das wirklich entwürdigend, du auch? Ich möchte da auch nicht hingehen. Nein, natürlich nicht. Also dann gehe ich eher auf den Mittelaltermarkt, ganz ehrlich, und lache die ganze Zeit. Mit Feuerspuckern ist auch schön. So, Ascher, bitte sehr. Dr. Mai Thi Nguyen Kim, Christoph Niemann, René Pollisch, Charlie Hübner, Sascha Merit Becker, Dirk von Lozo, Anja Reschke, Gero von Böhm und viele, 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 viele Menschen mehr waren hier schon zu Gast in den letzten 21 Jahren. Leider können Sie die rückwirkend nicht mehr hören, aber auf jeden Fall zwei Jahre archiviert die ARD Audiothek die Gespräche. Ein Jahr finden Sie uns auf der Radio 1 Seite noch rückwirkend im Podcastarchiv. Und was die Suchmaschinen noch so hergeben und was YouTube noch so macht, das weiß ich nicht. Da sind teilweise noch ziemlich, ziemlich lang zurückliegende Sendungen zu finden. Mit Senta Berger beispielsweise, mit Fritz Kahl, dem Lustigen, mit der tollen Adile Neuhauser und so weiter. Judith Rakers ist heute hier zu Gast. Sie ist Moderatorin, sie ist Farmerin. Ja, kann man so sagen. Aber nur, wenn man vom Wort Homefarming kommt. Ich mache es ja sehr liebevoll mit Augenzwinkern, weil ich natürlich, ich mache ja keine Landwirtschaft. Aber ich habe halt Beete bei mir und 70 oder 80 mittlerweile Gemüse und Obstsorten im Garten und Nutztiere, Hühner. Ja, aber ab wann nennt man denn sowas dann Landwirtschaft? Ich glaube, wenn man das erwerbsmäßig macht, also wenn man die Produkte, die man anbaut, auch verkauft. Also das wäre für mich jetzt so die Definition. Das mache ich ja nicht. Also ich esse das alles selber. Ich will auch nichts abgeben, in der Regel. Aber ich fotografiere das und ich schreibe darüber Bücher. Das mache ich gerne. Es widerspricht dem, was ich gehört und gelesen habe, dass du nämlich eine Überproduktion hast. Überproduktion, ja. Weil bei dir alles so gut gedeiht und so glücklich wächst und dann hast du anfangs noch Sachen verschenkt und dann hast du angefangen einzukochen, einzufrieren, zu trocknen, einzulegen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Richtig, das stimmt. Das fing an mit der Zucchini-Schwämme, die jeder kennt, der schon mal Zucchini angebaut hat. Du freust dich über die erste Zucchini, auch über die zweite und die dritte. Ja, aber wenn dann die 48. da hängt und es dir schon an den Ohren rauskommt, dann fängst du an, Dinge zu verschenken. Und so war es bei mir auch. Okay, ich moderiere mal kurz weiter, weil Bettina hat einen Lachkraft gerade. Erstens ist das Wort Zucchini-Schwämme. Das werde ich mir für den nächsten Charadeabend sichern. Da kommt nie jemand drauf. Zweitens aber die Vorstellung, dass du morgens schon immer so rausguckst, so am Vorhang vorbei und denkst so, oh Gott, wie das Zucchini! Ich kann es nicht mehr sehen. Und dann sagst du, ich muss jetzt unbedingt mal essen gehen und mich mit Freundinnen und Freunden treffen. Und dann sagen die, es gibt so ein ganz tolles neues Restaurant. Lass dich überraschen, ich bestelle mal für uns. Zucchini-Auflauf! Mit so einer Zucchini-Blüte, weil die sind ja wirklich wahnsinnig schön. Und die kann man ja auch mitessen. Die kannst du auch, die kannst du lecker frittieren und essen. Ja, lecker. Aber irgendwann, ja, irgendwann kippt es dann auch. Du, wenn ich jetzt weiß, dass ich dir damit eine Freude machen kann, Bettina, der nächste Sommer kommt bestimmt. Wirklich, ich, ganz ehrlich, von Herzen gebe ich dir was ab. Aber Zucchini sind doch auch wirklich, ich bin erstaunt, dass der Hund so relaxed ist, weil eigentlich ist das ihr Lieblings, wirklich ihr Lieblingsgemüse. Und wenn sie das hört, geht sie normalerweise steil, weil sie isst das. Sie denkt, das ist sowas wie ein Knochen. Sie weiß nicht, dass andere Hunde Fleischknochen essen. Sie denkt, Zucchini ist das Tollste. Aber guck mal, sie schläft ganz tief. Aber der Hund ist nicht Vegetarier, oder? Nein, aber ich glaube, das könnte sie werden. Sie kriegt so ein Trockenfutter, in dem auch Tierfleisch ist, aber sie bekommt nebenbei Gemüse sehr viel. Das ist ja doll. Also meine Katze knabbert manchmal an der Möhre, wenn ich ihr die hinhalte, weil die ja auch schön süß sind. Aber ansonsten kann ich Gott sei Dank viel auch selbst essen und muss nicht so viel abgeben. Nein, wirklich. Also ich bin dann schon so, dass ich dann auch denke, wenn da jetzt nur so ganz wenige Früchte dranhängen. Also ich habe zum Beispiel so einen Stachelbeerbusch gepflanzt. Und ich habe den Fehler gemacht, das war direkt im ersten Jahr. Ich wollte Stachelbeeren und habe dann so einen Hochstamm genommen für den Balkon. Und da sind nur ganz wenige Stachelbeeren dran. Und im ersten Jahr, als da welche dranhängen, habe ich daraus ein Dessert gemacht. Und das war ganz schrecklich und hat überhaupt nicht geschmeckt. Im zweiten Jahr wollte ich den nächsten Versuch wagen und habe dann wirklich immer geguckt, wann sind die Stachelbeeren reif. Weil das waren, glaube ich, so zwölf Stück nur dran. Und dann ist das Nachbarmädchen gekommen und hat, als ich weg war, die ganzen Stachelbeeren aufgegessen. Und ich kam dann da hin und wollte die ernten, da war keine einzige Stachelbeere mehr dran. Und dann bin ich ins Büro und habe gesagt, sag mal, habt ihr die ganzen Stachelbeeren hier gegessen? Und dann so, nee, wir alle guckten sich an, nee. Und dann sagte meine Mitarbeiterin Marie, ja, Aila war gestern da, vielleicht hat sie die genommen. Und die kamen nämlich so kauend rein, weißt du. Und ich muss zugeben, dieses altruistische Moment dann zu sagen, ach schön, dann hat sie ja einen schönen Nachmittag. Das fehlt mir dann, ich ärgere mich dann. Ich wollte die selber essen. Ist das schlimm? Was ist mit eurer Nachbarschaft? Hast du, wenn, also das ist ganz entspannt, oder? Ja, das stimmt. Wir sind nur vier, also es gibt nur vier Häuser da und wir teilen uns alle eine Stromleitung. Das heißt, wir sind wirklich darauf angewiesen, dass wir uns gut verstehen. Wir haben so eine kleine Kommune sozusagen. Aber du hast auch Solarzellen auf dem Dach, ne? Ja, ich habe, also ich habe Solar, Warmwasser über Solar. Ich habe kein Wasser von der Stadt, wir haben alle keinen Wasseranschluss. Nein, aber du bist unabhängig, weil du einen eigenen Brunnen hast wahrscheinlich. Genau. Aber um, also damit diese Pumpe funktionieren kann, brauchen wir Strom. Und jetzt kommt die Kommune wieder ins Spiel. Und warum es so wichtig ist, dass wir uns alle gut verstehen. Weil wir hängen natürlich alle an einem Haushaltsanschluss. Das ist alles, entspricht überhaupt nicht mehr der Technik heute. Aber ich kann da so drüber reden, weil sie kann uns auch keiner mehr wegnehmen. Diese Stromleitung, die irgendwann in den 60er Jahren in Eigenleistung durch die Pferdeweide gegenüber gebuddelt wurde. So, die haben wir jetzt Bestandsrecht oder so heißt das. Und wir haben jetzt einen Antrag gestellt, dass wir eine ganz normale, also Stromleitung bekommen. Wir wollen gar nicht eine Straßenbeleuchtung oder einen Anschluss an die Kläranlage oder sowas wie Glasfaser. Wir möchten einfach nur, also auch Wasser, ja? Wir möchten einfach nur Strom. Das reicht uns schon. Also habt ihr so Kläranlagen? Ja, wir haben alle so Kläranlagen, Kammer-Systeme. Das heißt, das muss abgepumpt werden dann. Genau, es gibt da verschiedene Systeme. Bei manchen musst du dann abpumpen und bei manchen klärt sich das von selber. So voll biologische Kläranlagen, das geht auch. Also da hat jeder von uns auch irgendwie ein anderes System. Umso interessanter, dass du dich daran gewagt hast, an dieses damals noch wirklich extrem unerschlossene Gelände. Es gab dieses Haus und es gab ein paar Hühner, ne? Als du das verkauft hast. Ja genau, also es war genauso wie jetzt, also genauso wenig oder gut erschlossen wie jetzt auch. Es war ein kleines Haus mit einem wirklich großen, großen Grundstück und das stand schon, ich glaube, anderthalb Jahre zum Verkauf. Die fanden halt niemanden, weil das halt wirklich weit ab vom Schuss ist. Das ist halt keine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und wie gesagt, keine Straßenbeleuchtung, kein Winterdienst. Als jetzt das so wirklich winterlich war in Hamburg in diesem Winter, kam auch mal zwei Wochen die Post nicht, ne? Weil einfach die Straße hatte irgendwie eine zwei Zentimeter dicke Eisschicht und dann ging halt da nichts mehr. Und das schreckt natürlich viele ab. Und deswegen stand das lange leer. Und als ich das gesehen habe, für mich war das sofort, das ist mein Traumhaus. Das direkt am Naturschutzgebiet mit diesem riesigen Grundstück, ganz große Rasenfläche. Und ich habe sofort vor meinem inneren Auge gesehen, oh super, da können vielleicht die Pferde auch hier sein. Und dann kann ich da Beete anlegen und die Katzen können endlich raus. Ich hatte die ja vorher in meiner Etagenwohnung in der Stadt, die Katzen. Und dachte auch, Mensch, dann haben die auch nochmal richtig Freiheit. Und genauso wie ich. Das einzige Problem war, dass es da Hühner gab. Das war damals für mich noch ein Problem. Ich habe so Listen gemacht bei meiner Hausbesichtigungstour, wo ich so negativ und positiv aufgeschrieben habe. Weil ich Steinbock pragmatisch mache Listen. Und es waren bei allen Hausbesichtigungen hinterher positive und negativ Punkte. Bei diesem Haus stand nur ein negativer Punkt. Und das war, hier muss man alte Hühner übernehmen. Weil die gehörten quasi mit dazu. Die haben mir gesagt, das sind drei alte Hühnerdamen, die sterben jetzt eh bald. Aber wir wollen die jetzt nicht mehr umziehen. Die sind so alt, die sollen jetzt hier noch ihren Frieden und ihr Ende finden. Wie alt werden Hühner, wenn man sie nicht isst? Ja, da gibt es unterschiedliche Angaben. Ich teste das ja gerade aus. Also man sagt immer so, sieben bis acht können die werden. Aber ich habe jetzt schon mit, es steht in vielen Büchern, ich habe schon mit vielen Hühnerzüchtern gesprochen, Hühnerhaltern, die sagen, naja, also ich hatte auch schon mal ein elf oder ein zwölf Jahre altes Huhn. Vielleicht ist es auch ein bisschen rassespezifisch wie bei Hunden. Also Doggen werden ja auch nur so acht, neun Jahre und so ein kleiner Mischlingszwerg kann ja auch 18, 19 werden. Also da gibt es ja auch Unterschiede. Vielleicht ist es bei Hühnern auch so, das eruiere ich gerade noch am eigenen Beispiel. In der Industrie werden die zwei Jahre alt, weil dann geht die Legeleistung zurück und dann werden sie geschlachtet, weil sie nicht mehr effektiv genug sind. Aber in deinem Garten können die halt sehr alt und sehr glücklich werden. Und ich weiß nicht, wie alt die Hühner waren, die zum Haus gehören, aber sie waren alt und ich habe damals gedacht, boah, ey, nee, ich bin berufstätig, ich will jetzt auch noch Hühner. Und Hühner waren nun wirklich die einzigen Tiere, die ich echt unsympathisch fand, Zeit meines Lebens. Dieses Flattern und ich konnte die Körpersprache nicht lesen und ich fand es irgendwie unangenehm. Und da habe ich gedacht, okay, du willst dieses Haus hinter diese Hühner, dann machst du das eben. Aber wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also habe ich angefangen, mich einzulesen über die Hühner. Sie haben fantastische und wunderbare Eigenschaften. Soll ich dir eins sagen? Unbedingt. Ein Funfact. Also ich wusste das alles nicht. Also erstmal legen Hühner ja bunte Eier, was ich nicht wusste, weil man aus dem Supermarkt nur Weiße und Beige kennt. Meine Hühner legen türkisfarbene Eier, lindgrüne Eier, dunkelbraune, schokofarbene, mit Punkten. Es gibt sogar Bordeaux, es gibt Rosa, es gibt fast jede Farbe, weil die Hühnerrasse, also verschiedene Hühnerrassen legen unterschiedlich farbige Eier. Also ein Huhn legt jetzt nicht an einem Tag ein rosanes und am nächsten Tag ein grünes, aber legt dann Zeit seines Lebens halt ein rosanes. Und das war schon mal ein Funfact, den ich so nicht wusste. Und was ich nicht wusste ist, dass wenn du ein Hühnerei, also wenn du auch ein Hahn hast, sind die Eier ja befruchtet. Wenn du jetzt eins von diesen Eiern, was du beim Frühstück jetzt nicht geschafft hast, einfach in der Küche liegen lässt, zehn Tage lang. Nicht im Kühlschrank, aber so auf der Küchenarbeitsplatte, in deinem Hühnerregal oder wie auch immer. Und es wird eine Henne in deinem Garten zur Glucke, also will brüten. Dann kannst du das Ei, was bei dir in der Küche gelegen hat und schon neun Tage da lag, noch nehmen, der Henne das geben und sie brütet daraus ein Küken aus. Ach. Und das wusste ich nicht. Ich dachte, das gibt's doch nicht, das hat zehn Tage da gelegen, weil ich immer irgendwie dachte, das kommt da aus der Henne raus und dann muss die da halt drauf sitzen und das warm halten. Das war so meine Vorstellung. Und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und macht es das für dich schwerer, diese Eier zu essen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Und ich sage auch immer, jeder Veganer, der also jetzt vegan ist, weil ihm die Tiere leid tun, der sollte sich echt Hühner in den Garten holen oder in den Schrebergarten oder wo auch immer, auf eine Parzelle, die man dafür mietet. Weil das kann man mit so gutem Gewissen essen. Denn diese Hühner, also Frauen, also Hühner sind die Hennen, die Hennen, die wollen nur, wenn überhaupt, einmal im Jahr, wollen die brüten. Vielleicht wollen sie auch drei Jahre danach gar nicht mehr brüten. Und dann kommt wieder irgendwie so eine Phase, wo sie das wollen. Und das machen sie dann 21 Tage, dann schlüpfen die Küken. Und das heißt, den Rest der Zeit legen sie trotzdem Eier, machen damit aber nichts. Das heißt, wenn du die nicht nimmst und die isst, dann vergammeln die oder der Fuchs holt sich die oder irgendwelche anderen Tiere, der Marder oder so. Die sind einfach übrig, damit macht keiner was. Und bei mir im Garten ist es jetzt so, ich esse nicht die Hühner, aber ich esse die Eier und ich gucke halt immer, wenn eine brüten will, dann soll die brüten, dann darf die die behalten. Und alle anderen, die übrig sind, die esse ich. Und die sind natürlich viel leckerer als das, was du aus dem Supermarkt kennst, weil die ja ganz, also viel vollwertiger ernährt werden. Interessant. Okay, ich hatte irgendwann mal was gelesen über Hühner, irgendwas ganz Schlaues, dass sie multitaskingfähig sind, aber ich habe vergessen, was es ist. Ja, also das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, dass sie besonders intelligent wären. Also ich würde sagen, also eine Katze und ein Pferd sind auf jeden Fall definitiv deutlich intelligenter als ein Huhn. Destiny's Child hast du mitgebracht. Ja. Independent Women. Ja, das ist auch ein Song, der mich in meinem Studium begleitet hat. Ein wichtiger Song, weil ich auch die Aussage immer schon gut fand, also Unabhängigkeit und auch als Frau eben. Und das war die Zeit, wo Charlie's Angels, war ja der Titelsong, so Charlie's Angels, zu dem Film, der in den Kinos kam oder in die Kinos kam und das war so ein Lebensgefühl auch. Und wir waren auch ein Frauentrio. Das ist ja unüblich, dass man zu dritt befreundet, so eng befreundet ist. Ja, wir waren ein Frauentrio, Steffi, Jutta und ich. Und bei Charlie's Angels waren es halt auch drei und bei Destiny's Child waren es halt auch drei Frauen. Und wir haben damals halt immer schon, ich glaube, wir haben Empowerment schon gelebt, als es noch kein Hashtag war. Radio 1 Mein Gast heute ist die Buchautorin und wie du immer überlegst, wie du mich vorstellst. So, hier ist die Judith Rackers, mach mal weiter. Judith Rackers ist hier. Gut, Landwirtin, die heitere Landwirtin Judith Rackers, die in Bad Lipspringe aufwuchs bei ihrem Vater, das auch heute noch sehr unüblich ist, in damaliger Zeit wahrscheinlich nochmal unüblicher. Deine Eltern haben sich getrennt und aus irgendeinem Grund hat dein Vater gesagt, ich schaffe das, wir machen das. Denn er ist ja auch berufstätig bis heute. Genau. Und er hat viel gearbeitet, er ist Physiotherapeut und Masseur, hat eine eigene Praxis, ja. In Paderborn auch wieder. Und ist deswegen erst spät nach Hause gekommen, weil er hat dann irgendwie bis, weiß ich nicht, 18, 19 Uhr war die Praxis geöffnet von morgens acht und dann hat er noch Hausbesuche gemacht und dann ist er nach Hause gekommen. Also vor 21 Uhr war er eigentlich nie da. Ich riskiere das jetzt, aber ich riskiere es und es ist gar nicht, warum hat er sich das zugetraut? Also du musst darauf nicht antworten, deswegen sage ich, ich riskiere es, weil wenn du sagst, das ist zu persönlich, das ist unser Ding, das will ich gar nicht beantworten, völlig okay. Ja, es war für uns alternativlos aus bestimmten Gründen und es war für uns beide aber auch aus allen Gründen schön. Also ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich eine Bürde bin für meinen Vater, obwohl der mit Sicherheit gestruggelt hat, weil der mich natürlich auch irgendwie unterbringen musste, auch so wenn so Ferien waren, ne. Ich meine, der hat ja die Praxis gehabt und konnte da auch nicht raus mit seinen Patientinnen und Patienten. Dann wurde ich halt immer auf den Ponyhof gebracht und dann habe ich da halt meine Ferien verbracht und an den Wochenenden haben wir immer tolle Sachen zusammen unternommen und Mittwochs nachmittags hatte er frei. Da sind wir immer Eis essen gegangen und wir hatten so unsere Rituale und es war immer, ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich störe oder dass er jetzt lieber die Zeit anders verbracht hätte. Das war immer ein schönes Miteinander, was nicht heißt, dass wir nicht auch mal Meinungsverschiedenheiten hatten, aber das war, mein Vater war immer der Fels in der Brandung für mich. So kommt das rüber, also alles, wann immer du deinen Vater irgendwie erwähnst oder so beiläufig erzählst, was er gemacht hat, gesagt hat, was du von ihm gelernt hast und so weiter, teilt sich das wirklich mit, dass ihr ein gutes Verhältnis zueinander habt. Ja, ich spreche auch gerne über ihn, weil ich auch und ich feiere ihn auch gerne für das, was er damals geleistet hat, weil er es so verdient hat, weil ich auch aus der heutigen Sicht oft denke, mein Gott, wie hat er das geschafft? Ja, und wie hat er das irgendwie so spielerisch wirkte das immer auf mich? Wie haben wir das gewuppt zusammen und was hat er mir mitgegeben, was mir jetzt so hilft, auch für mein Leben? Der Mut, den ich habe, die Furchtlosigkeit auch in vielen Dingen und dieses Anpackende und so. Ich bin ihm so dankbar dafür, dass er mir das mitgegeben hat und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis. Und manchmal frage ich mich auch, bin ich nicht eigentlich zu alt, um immer über meinen Vater zu sprechen? Und dann denke ich mir, dass der das so verdient hat, ihn zu feiern, weißt du? Und dann manchmal, wenn er dann so mitkriegt, dann erzählen ihm irgendwie so ehemalige Patienten, er praktiziert ja jetzt nicht mehr, oder Freunde so, dass sie ein Interview von mir gelesen haben. Oder irgendwie, dann kriegt er mit, dass ich über ihn gesprochen habe. Und dann ist er immer so stolz. Ja, weil er dann auch das so, nicht, weil ich öffentlich über ihn rede, sondern weil ich so liebevoll über ihn rede. Das tust du. Und das ist ja für uns beide einfach schön. Wir haben das irgendwie hingekriegt zusammen. Und keiner hatte das Gefühl, dass es irgendwie doof ist oder schlecht ist. Auch wenn es für die Umwelt vielleicht ein bisschen besonders war. Es ist ein gutes, heute würde man sagen, Role Model. Ich finde es wichtig, dass kommuniziert wird, dass sowas auch klappen kann. Das ist nach wie vor, wie gesagt, der unübliche Weg. Und alle alleinerziehenden Väter da draußen, ihr macht mit Sicherheit einen guten Job. Aber alle alleinerziehenden Eltern sowieso. Manchmal sind ja auch mehrere Kinder dabei. Und weil du eben sagtest, ich weiß nicht, was, das hat so super geklappt und was ich ihm zu verdanken habe. Aber da ist natürlich auch eine sehr frühe Eigenständigkeit und eine Eigenverantwortlichkeit daraus erwachsen, von der du jetzt profitierst. Total, ja. Die dir damals vielleicht gar nicht, vielleicht war es dir gar nicht so bewusst. Du hast ja auch sogar mitgeholfen. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass du die Wäsche gemacht hast, die Handtücher gewaschen und die Laken und so. Ich habe die ganze Praxiswäsche gemacht. Ja, das war mein Job. Du warst zehn, elf Jahre, das ist nicht selbstverständlich, sogar noch jünger. Genau. Ich habe die ganze Praxiswäsche gemacht und ich war da stolz drauf, dass ich mithelfen konnte. Weil wir waren mein Team, mein Vater und ich. Und hätte der jetzt ab 21 Uhr noch Wäsche waschen sollen, geht ja gar nicht. Das dauert ja auch zwei Stunden, so eine Maschine. Also habe ich die ganzen Handtücher und weißen Laken und so gewaschen, zusammengelegt und er hat ganz am Anfang immer so weiße Hemden getragen. Und dann habe ich mich aber irgendwann geweigert, die immer alle zu bügeln. Also ich habe das dann gemacht, aber ich wollte halt nicht jeden Tag ein weißes Hemd bügeln. Dann ist er meinetwegen auch auf weiße Polohemden umgestiegen, weil die waren nämlich wesentlich leichter zu bügeln als so langärmliche Oberhemden. Aber wo wir gerade sprechen nochmal über Alleinerziehend, dass ich habe so viele Freundinnen auch, die alleinerziehend sind und die Kinder haben, die immer ein schlechtes Gewissen haben, weil sie wenig Zeit haben, weil sie ihren Job nebenbei wuppen müssen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie werden dem Kind nicht gerecht. Und ich versuche dann immer zu sagen, mein Vater, der war ja auch nicht da, also physisch anwesend. Und trotzdem haben wir so eine enge Bindung und ich habe irgendwie mein Leben in den Griff gekriegt und wir haben jetzt noch so ein liebevolles Verhältnis. Ich glaube, dass diese ganzen Schuldgefühle, die viele Alleinerziehende haben, weil sie wenig Zeit haben, möglicherweise gar nicht so notwendig sind, weil das Band, das sich ergibt zwischen deinem Kind und dir, hat letztlich wahrscheinlich weniger mit Zeit zu tun, als wir denken. Nichtsdestotrotz fand ich es interessant, dass du als erstes nicht gesagt hast, es war auch gar nicht so schlimm, dass er nicht so viel Zeit hatte, sondern das Erste, was du sagtest, oder du hast es sogar zweimal gesagt, ich habe mich nicht als Belastung für ihn empfunden. Ja, aber interessant, dass du diese Perspektive einnimmst. Du könntest ja auch sagen, als Kind, also das sagt man jetzt als Erwachsener, steht es mir eigentlich zu, dass sich ein Vater oder eine Mutter überhaupt ein erwachsener Mensch um mich kümmert. Aber du sagst, ich habe mich nicht als Bürde empfunden. Das ist ja eigentlich auch schon ein sehr reifer Gedanke für ein Kind. Ich fall dir nicht zur Last. Ja, ich habe auch damals, wenn er dann eine Frau kennengelernt hat, das ist ja auch für viele Kinder immer ein Thema, wenn dann die Väter dann nochmal eine neue Frau kennenlernen, werden eifersüchtig oder so. Ich habe mich dann immer gefreut für ihn. Das, weil ich immer dachte, ach, das ist doch schön für ihn. Und jetzt hat er da auch nochmal, weil ich ja auch wusste, da gibt Bereiche, wir verstehen uns super, aber das kann ich ja gar nicht füllen in seinem Leben, diese leere Stelle. Und deswegen habe ich das immer so ganz positiv mit begleitet. Ja, und ich glaube, das wiederum hat er auch genossen, dass ich da keinen Stress gemacht habe. Es gibt ja auch andere Situationen, in denen das dann so ist vielleicht. Aber in dem Fall, wir waren einfach ein gutes Team und sind es noch. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe es mir mit Absicht noch nicht angehört, Nana Muscourie. Also von ihr weiß man, dass sie eine Jazz-Sängerin ist oder überhaupt eine sehr, sehr gute Sängerin. Das wissen viele Menschen meiner Generation nicht. Das war die Frau mit dieser komischen Brille. Da hatte man nicht mal den Begriff Nerd-Brille, sondern man dachte sich, was ist das? Und die hat irgendwie auch so Schlager gesungen, mehr oder weniger. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein. Und immer so ein bisschen, sie ist Griechen, glaube ich, ist sie Griechen? Ja, richtig. Immer mit so einem leichten griechischen Einschlag. Aber das, was wir jetzt hören werden, ist was ganz, ganz anderes. Richtig. Als ich dieses Lied entdeckt habe, das weiß ich noch ganz genau. Da saß ich im Studentenviertel in Hamburg bei einem Friseur und der hatte diese Platte laufen im Hintergrund. Und ich habe gesagt, boah, was ist das denn für eine tolle Platte? Und dann sagte er, okay, wir machen einen Deal. Wenn du errätst, von wem das ist, dann kriegst du alles umsonst heute. Und ich habe da zwei Stunden gesessen. Ich hatte eine sehr aufwendige Haarfärbebehandlung mit Schnitt. Und ich bin nicht darauf gekommen, wer das sein könnte. Und ich habe es nicht erraten, ich habe den Schnitt nicht umsonst bekommen und die Strähnchen auch nicht. Aber er hat es mir hinterher verraten, dass es Nana Muscori ist. Und zwar gibt es eine Platte von ihr aus den 60er Jahren, The Girl from Greece Sings. Und die ist in New York aufgenommen worden, diese Platte. Und da singt sie auf Englisch und hat diese glockenklare Stimme und dazu dieser tolle Sound. Also das ist, was wir jetzt gleich hören werden, ist quasi der Titelsong des Albums. Aber das ganze Album ist so toll und es ist immer noch, ich glaube jetzt seit mehr als 20 Jahren, mein Lieblingsalbum, wenn es jetzt nicht R&B und Black Music ist. Und es ist, glaube ich, produziert von Quincy Jones. Ja. Und der ist ja nun wirklich ein Ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Buchautorin und ehemalige Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers ist heute hier zu Gast. Deine erste Liebe, Captain Future. Ja. Stimmt. Hatte ich, ja, ich weiß auch nicht warum. Ach, der war doch ganz smart. Ja, irgendwie, ich habe es nochmal neulich im Nachhinein nachgelesen auf Wikipedia, worum es da überhaupt ging bei Captain Future. Und war total überrascht, diese Zusammenfassung auf Wikipedia zu lesen, weil ich mich überhaupt nicht an den Plot erinnern kann. Aber ich kann mich daran erinnern, dass Captain Future in dieser Rüstung einfach unfassbar stark und intelligent gewirkt hat auf mich und ich fand den toll. Also ich habe immer gedacht so, oh, das ist mein, den heirate ich später mal. Und ich weiß nur, dass mein Vater, das ist wirklich eine echte Anekdote, der, ich war da wirklich, da waren wir noch im alten Haus, das heißt, ich war kleiner als sieben. Möglicherweise war ich erst so fünf, sechs Jahre alt. Und mein Vater erzählt das immer. Er kam dann rein und hat gesagt, ich hing dann wieder vor dem Fernseher, Captain Future, mit solchen Herzchen in den Augen, ja. Und dann hat er gesagt so, Judith und so und ich weiß ja, aber weißt du, der ist nur gemalt, der ist nur gezeichnet, den gibt es gar nicht wirklich. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Papa, das spielt in der Zukunft, vielleicht sind wir dann alle gezeichnet. Wow, was ist das denn für eine Antwort? Das ist ja so typisch Kind, weißt du? Du hast ja recht, wir sind bald alle Hologramme, das ist ja nun auch so. Ja, für mich, also es hat mich nicht davon abgebracht. Also ich hatte mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass das mein Traummann ist und deswegen war das mein Traummann. Ey, was für eine Antwort. Die Antwort, hey, du spinnst doch, das kannst du doch gar nicht wissen, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber das spielt in der Zukunft, in der Zukunft sind wir alle gezeichnet. Vielleicht, vielleicht, ich habe es offengelassen, ja. Gänsehaut. Ich darf da aber zusagen und damit jetzt nicht alle denken, ich habe voll den Sprung in der Schüssel, dass Captain Future jetzt nicht mehr mein Traummann ist. Was gab es denn für, also ich weiß, dass Captain Future, ich habe das nie gesehen, aber ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mir den mal ganz kurz angeguckt, der hat so rotbraune Haare und dieses klassische, klassische, ich muss leider sagen, gemalte Gesicht. Tut mir leid, Judith, das geht nicht wirklich. Dass man auch irgendwie gut findet, dass das gut gezeichnet ist. Aber es gab so eine, es gab eine Frau an seiner Seite, die dir gar nicht unähnlich sieht. Ja, die war auch blond und die hatte so einen roten Raumanzug haben. Und auch so vom Haarschnitt auch gar nicht so unähnlich. Aber welche Identifikationsfigur hattest du denn als Mädchen? War das so diese Ballett, dieses Anna, diese… Anna, Silvia Seite. Ja, das habe ich geguckt und ich habe dann auch mal Ballettunterricht gehabt. War nicht gut? Nein. Ich habe mich gefühlt wie ein Elefant und habe diese anderen Mädchen wahrgenommen als Elfen und hatte ein ganz anderes Selbstgefühl von mir und dachte immer, ich war immer noch total ungelenk, ich kann doch nicht mal eine Rolle rückwärts. Ich bin echt gut, ich kann so gut Leichtathletik und so, Sachen, wo man irgendwie so ein bisschen grober, aber diese ganze Feinmotorik, das ist nichts für mich, wirklich. Und deswegen, nein, das war, nein. An wen erinnerst du dich? Entweder auch ein Mädchen oder auch eine Frau, die du aus dem Fernsehen kanntest oder Nachbarn oder Poster oder Sängerin? Pass auf, jetzt wäre es ja total schlau von mir, wenn ich jetzt so etwas ganz Intellektuelles abgegeben würde. Ja, Marie Curie oder Simone de Beauvoir oder so und jetzt da was. Aber ich möchte auch hier ehrlich sein. Bitte. Und sagen, kennst du noch ein Colt für alle Fälle? Ja. Kennst du noch Judy? Die kam im Vorspann immer in so einem türkisfarbenen Bikini durch so eine Salon-Tür und hat dann irgendwelche Leute abgelenkt, damit Colt quasi irgendwelche Autos kurzschließen konnte hinter dem Salon oder so. Das war so die typische Szene am Anfang. Und sie war so ein Detektiv-Trio-Quartett, weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, ja, ja. Und sie war immer so ein bisschen fürs Ablenken zuständig, so die schöne Frau, die dann immer alle abgelenkt hat. Das fand ich toll. Ich fand das so toll. Die war so hübsch. Und dann hat die immer so gestrahlt. Und dann war die immer so fröhlich und glücklich. Und dann hatte die diesen türkisfarbenen Bikini. Ich habe mir vorletztes Jahr auch genau so ein Bikini gekauft übrigens. Und ich darf dir sagen, dass ich gar nicht so aussehe wie sie, wenn ich den anhabe. Selbst wenn ich in einer Salon-Tür stehe, es ist, ja, aber gut, so ist es. Ja, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, würde ich dir ein Foto schicken, damit du weißt, was ich meine. Okay, okay, gut. Ich habe gerade noch, wo hing ich denn gedanklich noch fest? Ja, ich muss zugeben, dass es dieses Bild ist. Und dass es so, ja, dass es so schade ist, dass es so wenig, dass es so wenig Figuren gab, also weibliche Figuren, die spannende Sachen erlebt haben. Also niemand von uns wäre ja auf die Idee gekommen, niemand von uns Mädchen zu sagen, ich wollte immer sein wie Colt Sievers. Ich wollte immer sein wie Colt Sievers. Okay, die Geschichte hat für mich eben ein bisschen anders geklungen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte, also du hast ja nach weiblicher Identifikationsfigur gefragt, also da fand ich sie ganz toll. Aber so vom Wesen her fand ich Colt Sievers mega. Was hast du an dem gemocht? Ja, der war so, der hatte immer für alles eine Lösung und der war so furchtlos auch und dabei auch humorvoll. Und der hatte diesen, ja, was war das, wie so ein Fass, so ein Holzfass, wo er sich dann immer abends reingesetzt hat, statt Badewanne, mit einer Zigarre. Oh, das erinnere ich auch, stimmt. Und das fand ich auch ganz toll. Aber das könntest du doch in deinem, wenn du sowieso den ganzen Tag nackig rumläufst, wenn du allein bist auf deinem riesengroßen Gelände. Wobei, das sind ja Menschen. Du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du hast dein Gartenhaus zum Büro umfunktioniert und lebst dort nicht allein, das sei nochmal betont. Aber so ein Fass, das würde ja auch nicht, das würde auch nicht auffallen. Da würde man doch denken, das ist, die ist so naturverbunden, die Judith. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie ich dann so in diesem Fass sitze mit meiner Zigarre und dann Steffi und Marie an mir vorbeigehen, um ins Büro zu gehen, um dann den ganzen Papierkram vom Onlineshop zu machen. Das kommt bestimmt total gut. Sollst du mal ausprobieren. Da gibt es doch irgendeine Ecke, wo man dieses Fass hinstellen kann, wo nicht jeder dran vorbeilatschen muss, oder? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das könnte ich mal ausleben, du hast total recht. Hast du nicht eine Sauna auch? Hast du nicht? Bist du nicht der Sauna-Typ? Nee, mir ist immer zu warm in der Sauna. Ich kriege dann so, also mein Kreislauf macht das irgendwie auch nicht mit. Wenn ich in einer richtig warmen Badewanne war, was ich auch liebe im Winter, dann muss ich mich danach immer kurz hinlegen, weil mein Kreislauf sonst, ich kollabiere sonst. Irgendwie diese Hitze ist nicht so meins. Ich bin auch nicht gerne in Ländern, wo es irgendwie über 40 Grad ist. Machst du schon mal in Island? Nein. Da würde ich aber unglaublich gerne mal hin, weil das muss ja unfassbar schön sein, diese Vulkane und diese schroffe Schönheit des Landes. Du hast Island gesagt, ne? Ja. Ja, finde ich ganz toll, würde ich gerne mal hin. Warst du schon mal in Irland? In Irland war ich auch noch nicht. Ich habe aber mal mich 40 Minuten lang mit einem Iren unterhalten. Und das zählt auch. Ja, beim Eurovision Song Contest auf der Aftershow-Party, weil der Vater und der Onkel von Jedward, die haben da damals mitgemacht. Ich habe das ja moderiert, den großen Contest, als er in Deutschland stattgefunden hat mit Anke Engelke und Stefan Raab. Und Jedward war irgendwie unter den Top 5, so ein irischer Sänger. Und sein Vater und Onkel waren da. Und die waren beide ganz doll betrunken und hatten beide ganz knollige rote Nasen und Backen. Und ich habe 40 Minuten mit denen gesprochen und ich habe kein Wort verstanden. Kein einziges Wort. Und ich habe das auch immer gesagt. Sorry, I do not understand the accent und so. Und das war denen aber egal. Die haben weiter mit ihren Knollennasen auf mich eingesprochen. Das ist meine Erinnerung an Irland. An Irland. Das war aber nicht vor der Kamera. Das kann man jetzt nicht nach irgendwo sehen. Ach, wie schade. Das kann man nicht sehen. 40 Minuten Fragezeichen in meinem Gesicht. Was will der Mann sagen? Ich verstehe nichts. Aloe Black hast du mitgebracht. Brooklyn in the Summer. Ja. Das ist das Lied. Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich es mitgebracht in meiner musikalischen Biografie hier. Weil der Soundtrack eigentlich zu meinem ersten Sommer auf der kleinen Farm ist. Also als ich aus der Stadt rausgezogen bin, auf die kleine Farm. Warte mal, das ist jetzt sechs Jahre her. Genau. Da war das irgendwie gerade der Song, der im Radio gespielt wurde oder der neu rausgekommen war. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war er auf meiner Playlist ganz weit oben. Und ich habe dann so eine kleine Musikbox gehabt im Garten auch und habe die aufgestellt. Und der lief wirklich in Dauerschleife. Und ich habe dann die Bete angelegt. Und dann waren da ja diese Hühner. Und es war ja alles neu für mich. Also ich hatte ja diese Idee, diesen Traum vom Leben auf dem Land. Mehr Natur. Aber ich stand dann da ja in diesem ersten Sommer und musste das ja alles jetzt irgendwie machen. Ich hatte gar keine Ahnung. Man muss dazu sagen, du warst immer schon pferdebegeistert. Also du bist immer schon geritten. Das ist ja auch schon ein Hinweis darauf, dass dir die Natur nicht ganz fern ist. Also da kann man in der Halle reiten, ja, aber das ist jetzt auch nicht, das macht man auch nicht immer. Man geht dann auch ins Gelände, man reitet durch den Wald. Also ich glaube, da hat man ja sowieso schon so ein ganz besonderes Gefühl für Natur. Und nur das eine ist, draußen zu sitzen, auf so einer Koppel und die Sonne auf- oder untergehen zu sehen und zu denken, oh, ist das wunderwunderschön. Das andere ist wirklich, diesen Schritt zu machen. Das werden auch Menschen erlebt haben, die sich einen Schrebergarten oder ein kleines Häuschen oder so mal gemietet oder gekauft haben. Zuerst denkt man, ja, und dann werde ich da sitzen und mich erholen. Das ist ja so ein Überbande erholen. Denn eigentlich ist man die ganze Zeit dabei zu arbeiten. Man muss ständig irgendwas zupfen, schneiden, rausholen, wegräumen, reparieren, wegschmeißen, kaufen, hinsetzen, machen. Und man ist fertig, aber es ist so eine schöne Art des Erschöpftseins und dann auch der Erholung. Das hast du wahrscheinlich ziemlich schnell erlebt, aber du hattest keine Ahnung von dem, was da rein, wie nenne ich es, nicht biologisch, sondern, wie ist das richtige Wort dafür? Also was ansonsten auf dich zukommt, wahrscheinlich hättest du es sonst gemacht? Ah, du meinst, ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich bin ja vielleicht auch so ein bisschen naiv an das Ganze rangegangen. Wobei, also dieses Wort naiv… Vorbehaltslos. Ja, nee, eigentlich eher so, mir war schon klar, worauf ich mich da einlasse. Und mir war schon klar, dass da jetzt eine neue Welt auf mich wartet. Aber ich habe halt immer das Motto, wenn das Menschen möglich ist, dann werde ich das ja wohl hinkriegen, wenn ich das will. Wenn ich da so alles reingebe, meine ganze Energie und meine ganze Eroberungskraft und den Willen, das umzusetzen und so, dann schaffe ich das schon irgendwie. Weil andere haben es ja auch geschafft. Und so gehe ich dann immer ran. Es ist ja menschenmöglich, also schaffe ich es auch. Und dann musste ich halt ganz viel lernen, weil ich halt viel weniger wusste als viele andere Menschen und mir erstmal viel draufschaffen musste. Aber ich habe mir das Stück für Stück erarbeitet. Und ich bin sowieso jemand, der im Tun entspannt. Also ich bin, ich habe, glaube ich, noch nie auf meiner Terrasse gelegen und nichts gemacht. Ich bin gar nicht so. Ich muss immer irgendwie was machen. Bei mir gibt es so den Zustand an oder aus. Aus ist schlafen und an ist irgendwas schafteln. Und dann schaftel ich halt da im Garten rum. Aber das entspannt mich auch. Und meine beiden Mitarbeiterinnen, die sind halt dann auch viel Homeoffice, aber wenn sie bei mir sind im Büro, die machen halt nicht den Garten. Also der Garten ist wirklich mein Bereich. Ich habe auch keine Gärtner, werde ich oft gefragt. Ich mache das wirklich alles alleine. Und das entspannt mich. Und das ist manchmal auch harte körperliche Arbeit. Wenn du Bete anlegst, umgräbst, Kartoffeln und so, das musst du schon mit dem Spaten. Das ist schon, da bist du mir nachher nass geschwitzt. Aber es gibt ja auch ganz viel, wo du körperlich gar nicht herausgefordert bist. Wenn du einsäßt oder mal ein bisschen den Hühnerstall sauber machst oder so. Es ist ja nicht anstrengend in dem Sinne. Aber auf jeden Fall war man an der frischen Luft. Auf jeden Fall stelle ich dann immer fest, oh Gott, ich habe acht Stunden nicht auf mein Handy geguckt. Wie heilsam. Und bin dann glücklich, wenn ich ins Bett falle. Wie heilsam. Wie Buchautorin, ehemalige Tagesschausprecherin und Moderatorin von drei nach neun. Judith Rarkas hat nicht Landwirtschaft, sondern Publizistik, Kommunikationswissenschaft und Geschichte studiert. 1995 bis 2001. O-Ton-Vater, kannst du das nicht auf Lehramt machen? Du wirst viel Urlaub haben und wirst sicher Geld verdienen. Ja. Warum nicht? Das konnte er nicht verstehen, dass ich jetzt auf Magister studiere. Also wirklich hat er mir in den Ohren gelegen. Und dann, ja mein Patient, der ist Oberstudienrat. Und weißt du was, der verdient. Das ist Gehaltsklasse sowieso. Das ist ganz sicher. Und ich habe dann immer gesagt, ich finde das schrecklich, die Vorstellung, jetzt schon zu wissen, was ich in 40 Jahren mache oder in 50 Jahren. Und ich habe immer gesagt, ich möchte deswegen das nicht auf Lehramt machen, weil ich weiß, mir würde das Spaß machen zu unterrichten. Aber diese Vorstellung zu wissen, dass ich jetzt vor einer Klasse sitze und in 40 Jahren immer noch vor einer Klasse sitze, das hat mich irgendwie, ja, das hat mich irgendwie beängstigt. Ich habe gedacht, ich möchte gerne was machen, was so offener ist, womit man, also wo einfach nicht schon mit der Auswahl des Studiums feststeht, was du später machst. Und ich wollte Journalistin sein. Und für mich gab es noch keine Alternative. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt hier nichts mehr Plan B. Ich gehe all in. Ich will Journalistin sein. Ich studiere das jetzt auf Magister, Geisteswissenschaften. Und dann gehe ich meinen Weg. Und so ein Netz mit doppeltem Boden brauchte ich für mich nicht. Und habe mich, wie gesagt, auch eher verschreckt. Und woher kam dieser Wunsch, Journalistin zu sein? Hast du mal jemanden kennengelernt, beobachtet? Wo hast du diesen Beruf kennengelernt? Also wir hatten überhaupt niemanden in der Familie, der Journalist ist. Weil, wie gesagt, in Bad Lipspringe gab es irgendwie auch noch nicht mal eine Redaktion. Es gab zwei Regionalzeitungen. Die eine wurde in Paderborn hergestellt. Die andere eigentlich sogar in Bielefeld. Also wir hatten keine Berührungspunkte, keine in unserer Familie. Aber ich habe immer schon gerne geschrieben. Und die Deutschlehrer schon in der Grundschule haben immer zu meinen Eltern auch gesagt, die muss mal was machen, die muss mal schreiben. Das macht die jetzt so viel Fantasie und das muss irgendwie raus. Und die hat ein gutes Sprachgefühl. Und deswegen dachte ich immer, okay, das kann ich gut. Weil zum Beispiel Mathe konnte ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob mein Vater jemals ein Gespräch mit der Mathelehrerin geführt hat über mich. Ich glaube, das war unter ihrer Würde überhaupt über mich zu sprechen. Und deswegen war das einfach so meinen Talenten folgen. Und dazu kam mein unglaubliches Interesse an Menschen. Ich habe damals immer auf dieser Busfahrt, diese 35, 40 Minuten nach Hause, immer da gesessen und mir die Menschen angeguckt. Und teilweise leider auch so ein bisschen mit offenem Mund. Nicht sabbernd, aber mit offenem Mund. Weil ich dann so konzentriert war und mich so versucht habe, so reinzufühlen in deren Leben. Und mich dann gefragt habe, ob ich irgendwie erkennen kann an dem, was die anhaben, wie die da agieren, was die vielleicht beruflich machen. Da habe ich mir vorgestellt, wie die wohl so leben, was die für Interessen haben. Und deswegen dachte ich, wenn ich das kombiniere, mein Interesse an Menschen und dieses Talent für Sprache, dann ist Journalismus, wo man ja neugierig sein darf qua Berufswegen und immer wieder was Neues auch für sich entdecken kann und so viele Möglichkeiten hat, wie Fernsehen, wie Print, also Zeitungen, wie Fachzeitschriften, Radio, also tausend Möglichkeiten. Das habe ich als, hallo mein Schatz, ich kusche gerade mit dem Hund zwischendurch, der mich ja anschnüffelt, auf meinen Schoß gesprungen. Also ich dachte, das ist genau das Richtige für mich. Also hattest du auch keine Zukunftsängste oder so, sondern du bist da einfach als junger Mensch, wahrscheinlich wolltest du raus aus der Enge, kann ich mir noch vorstellen. Oder wie war das? Ja, ich habe natürlich, also ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen da in Bad Lipspringe, was super schön war, so für die Kindheit. War ja am Wald gewohnt und da viel gespielt und mit den Pferden und so, das war doll. Aber ich habe ja immer mich gesehnt nach ein bisschen mehr Action. Gerade als ich dann so in die Pubertät kam und so, dann wollte man ja irgendwie auch mal in die Clubs gehen. Und dann gab es ja wie gesagt auch nichts, wo man irgendwie mal schön R&P und Black Music gehört hätte. Und ich dachte immer, ah, du musst in eine größere Stadt, das muss irgendwie alles viel urbaner sein. Und dann erschien mir Münster schon als Riesenschritt in Richtung Metropole. Und dann bin ich ja nach Hamburg gewechselt und da bin ich jetzt auch geblieben. Ich bin jetzt etwas abgelenkt von deinem Hund. Nö, ihr beide macht das schon ganz gut. Gut, man ist eher abgelenkt, euch so zusammen zu sehen. Gab es eine Phase in deinem Leben, in der du das Gefühl hattest oder in der du rückblickend sagen würdest, da haben sich Leute vielleicht auch Gedanken um mich gemacht. Man hat das ja in der Pubertät oder man verliebt sich in den falschen Jungen oder in das falsche Mädchen und dann ist man am Busbahnhof und kifft oder weiß ich nicht, haut ab nach Spanien für ein halbes Jahr oder irgendwie sowas. Gab es da mal eine Gefahr bei dir? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich habe einige Bekannte gehabt in meinem Freundeskreis, die auch schon nicht mehr leben, weil es dann irgendwie Autounfälle unter Drogenmissbrauch irgendwie gab. Oder ja, also ich glaube, ich hätte da schon irgendwie auf eine Spur kommen können, die nicht so gut geendet hätte, weil ich hatte da auch diese Kontakte in meinem Freundeskreis. Aber ich glaube, das hat mein Vater dann auch wieder ganz gut gemacht, weil der hatte ja, als ich zwölf Jahre alt war, das sehr unterstützt, dass ich dieses Pferd habe. Weil er auch, also ich musste zwar sparen, seitdem ich fünf war, habe ich schon gespart und so, aber er hat es natürlich dann auch unterstützt, weil ich musste ja das monatliche, also das Pensionsgeld fürs Geld, das Futter, musste ich ja nicht selbst bezahlen, das hat er gemacht. Ich musste nur das Geld fürs Pferd an sich zusammengespart haben und das habe ich geschafft, als ich zwölf war. War halt ein ganz unausgebildetes Pferd, was mir überhaupt noch nicht mal an den Sattel gewöhnt war. Ich habe mir direkt das Schlüsselbein gebrochen. Egal, ja, jedes ausgebildete Pferd wäre zu teuer gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber er hat das gut gemacht, weil er natürlich wusste, in dem Moment, wo ich dieses Pferd habe und Verantwortung für dieses Tier habe, hänge ich eben nicht am Busbahnhof rum und kiffe irgendwie mit den anderen aus der Clique, sondern habe irgendwie Verantwortung, muss dahin. Da gibt es auch so eine Art soziale Kontrolle am Stall, weil da gibt es irgendwie einen Reitlehrer und dann macht man ja bei irgendwelchen Stunden mit. Dann fällt das auch auf, wenn du halt nicht da bist. Und wir hatten damals immer die Verabredung, dass er hat immer gesagt, pass auf, solange das hier gut läuft und du gute Noten nach Hause bringst, hast du hier die maximale Freiheit und darfst auch für dich selbst entscheiden. Ich durfte auch immer entscheiden, gehe ich zur Schule oder nicht. Was? Ich hatte viele Fehlstunden, ja. Weil ich manchmal andere Sachen wichtiger fand. Da hat der nie was zu gesagt. Der hat auch nicht die Hausaufgaben kontrolliert. Der hat immer nur gesagt, solange deine Noten gut sind, ich war eine sehr gute Schülerin, ist das hier alles in Ordnung für mich. Und wenn das sich ändert, dann greife ich ein. Und dann war wirklich so, siebte Klasse, zwei blaue Briefe. Französisch sechs, Mathe fünf. Und dann hat er sich mich gekrallt. Und dann durfte ich die ganzen Osterferien, habe ich Nachhilfe bekommen und durfte nicht ins Schwimmbad. Und so, es hat wirklich durchgegriffen, was für mich, ich durfte ja sonst immer alles selber entscheiden. Und dann war dann die zweite, weiß nicht, hieß das Klausur damals noch oder waren das noch Hausarbeiten? Keine Ahnung. Jedenfalls war dann die nächste in Französisch, war dann eins von sechs auf eins. Und in Mathe habe ich die einzige zwei meines Lebens geschrieben, weil ich da immer auf dem Defizit war eigentlich, weil ich halt mal richtig gelernt habe. Und das war mir eine Lehre. Also nicht nur, was Mathe angeht, sondern es war mir wirklich eine Lehre, weil ich gedacht habe, okay, diese Freiheit hier, die hast du nur, wenn du das auch leistest, was du in dieser Verabredung leisten musst. Mein Vater hat immer gesagt, die Schule ist dein Job. Das musst du hinkriegen. Das muss laufen. Wenn ich das Gefühl habe, das läuft, dann kannst du alles andere selbst entscheiden. Ich finde, dass du bist, wenn du von dir selbst sprichst, wie du die geworden bist, die du heute bist, so autark, so reflektiert, so selbstbestimmt, dass es mich wundert, dass du, hast du, glaube ich, selbst mal gesagt, eigentlich immer in Beziehungen gelebt hast. Also du sagst auch, du kannst gut alleine leben. Du freust dich auch, allein zu sein zwischendurch. Aber, und das muss jetzt auch gar nicht diskutiert werden, ich will jetzt gar nicht, dass du da irgendwas Persönliches jetzt kundtust oder so, aber es ist erstaunlich, dass du dich dann so gut offenbar auf Partner immer wieder einstellen kannst, wo du doch selbst diese Freiheits... Also es gab viele Phasen in meinem Leben, wo ich auch alleine war, auch mal Jahre, wo ich alleine war und auch Single war und das dann entweder richtig toll fand oder auch mal nicht toll fand. Warum ist es ein Unterschied, alleine oder Single zu sein? Ja, ich glaube, ich habe das gerade synonym verwandt, wirklich beim Sprechen. Ich wollte damit sagen, also Single, dass ich halt keinen Partner hatte an meiner Seite. Aber natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einsam und allein. Absolut. Ja, und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich allein war und wo ich mich auch einsam gefühlt habe. Aber es gab auch Phasen, wo ich allein war und glücklich damit war. Aber die gab es auch mal mehrere Jahre. Aber doch bestimmt auch Phasen, in denen du in der Beziehung warst und dich allein gefühlt hast, oder? Weil das gibt es ja auch. Das gibt es auch, natürlich. Und letztlich hat das ja immer nur was mit einem selber zu tun. Ob man sich einsam fühlt oder nicht. Aber um auf deine Frage, den Kern der Frage zurückzukommen, es ist tatsächlich so, ich habe ein großes Freiheitsbedürfnis, aber ich kann mich sehr gut auf Menschen einstellen. Weil ich, glaube ich, auch recht empathisch bin und mich auch ganz oft frage, wenn ich irgendwie handele, wie kommt das beim Gegenüber an? Wie fühlt der sich jetzt, wenn ich mich so verhalte? Ja. Oder ihn so behandle? Das wollte ich sagen. Und ich glaube, das ist vielleicht, erklärt es das, warum das gut funktioniert. Also, ich könnte jetzt nie mit jemandem zusammen sein, der besitzergreifend ist. Oder mich irgendwie einschränkt in meinen Träumen und Plänen und der Verwirklichung. Aber wenn ich, ich sage das mal so ganz allgemein, einen Partner an meiner Seite habe, der das unterstützt und toll findet und der mich fliegen lässt, wenn ich fliegen möchte, ich will der gar nicht immer, aber wenn, dann funktioniert das gut. Also, ich kriege immer zurückgespielt, also von Freundinnen auch, aber auch von meinen Lebenspartnern, die ich so hatte, dass ich eigentlich eine unglaublich unkomplizierte Frau bin. Würdest du das auch, würdest du dich auch so beschreiben? Ja, ich glaube schon, ich habe ja jetzt keinen Vergleich, ne? Weil, ich kann ja immer nur meine Lebenspartner fragen, wie das bei denen vorher war oder so. Und die sagen immer, dass ich relativ unkompliziert bin, weil ich bin so gar nicht launisch. Ich bin eigentlich immer, ja, also ich bin immer stiller so, ja, und vielleicht auch mal traurig, aber ich bin nicht launisch im Sinne von, dass ich meine, mein Unbehagen an anderen auslasse oder so. Also ich versuche jetzt die ganze Zeit, die Frage zu beantworten, ohne über mein Privatleben zu sprechen. Ich finde, nein, du machst das gut. Nein. Nein, ich verstehe das und ich verstehe auch, also ich sehe da auch dieses Tor, das sich nicht öffnet und auch gar nicht öffnen muss. Ich finde, was du gesagt hast, reicht, reicht. Um noch Blanco Brown zu spielen, denn wir haben jetzt noch zwei Songs, die wir unterbringen müssen und jetzt kommt gleich noch der Gesprächspart, in dem wir erklären, warum du Mogulin geworden bist. Merchandise Mogulin, M. Spreche ich das richtig aus? The Get Up? Ja, ich glaube schon, The Get Up. Ja, du machst es besser, The Get Up. Du ziehst es zusammen, The Get Up. Und was ist das für ein Song? Wofür steht der? Der, das ist, das ist mein Lieblingssong, wenn ich irgendwo mit dem Pferd hinfahre, ja, ich hatte eine Zeit lang so einen kleinen LKW für Pferde, weil ich ja mitunter drei transportieren musste. Jetzt habe ich nur noch einen Pferdeanhänger, wo zwei reinpassen, weil ein Pferd jetzt schon Rentner geworden ist. Und dann höre ich immer diesen Song. Der klingt so ein bisschen nach Western und der erinnert mich auch an eine Reportage, die ich gemacht habe zum Thema Westernreiten, wo ich als klassische Reiterin, also Englischreiterin, ich springe ja auch, nur Dressur, Gelände, also Vielseitigkeit, mich mal auf so ein Westernpferd setzen musste und versuchen musste, da vor 5000 Menschen so eine Choreografie vorzureiten, das überhaupt gar nicht funktioniert hat, weil dieses Pferd einfach stehen geblieben ist und nichts gemacht hat, beim ersten Versuch. Und das war die schönste Reportage, die ich je in meinem Leben gedreht habe. Das war der schönste Fernsehmoment für mich, diese Dreharbeiten. Das heißt, glaube ich, Abenteuer Pferd, Judith Rakers Westernreiten oder so. Also es ist ein sehr sperriger Titel, aber den gibt es, glaube ich, noch auf YouTube. Und das ist wirklich so ein schöner Film, ich liebe diesen Film. Und dieser Song war zwar nicht der Soundtrack zu dem Film, aber erinnert mich an die Dreharbeiten. Das war's, glaube ich. Hast du gerade mitgesungen? Mach nochmal. Sag ja, ich kann's nicht, aber ich mach's mit Inbrunst. Ja, genau, darauf kommt die Leidenschaft. Also, dabei fällt mir ein, du bist ja auch mal, warte mal, was war denn das? Paragliding, Tandemsprung? Bist du nicht mal vom Himmel gestürzt? Alles Mögliche musste ich schon machen für Reportagen. Was du so machst? Ich musste wirklich mit einem Fallschirm über Sylt abspringen, aus 4000 Metern Höhe, trotz Höhenangst. Dann musste ich schon, also in mehreren Fluggeräten auch Selbstgebauten fliegen. Und zuletzt, in Galicien, bin ich dann abgestürzt, in so einem paraglidingen Tandemsprung. Und dann sind wir da gelandet, also richtig abgestürzt, wo wir gar nicht landen sollten, und zwar in einem Stacheldrahtzaun. Und das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hättest du auch tot sein können. Tatsächlich. Und seitdem habe ich auch der Produktionsfirma gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache das einfach nicht mehr. Weil ich hatte natürlich die ganze Zeit Angst, dass das passiert. Und dann ist es passiert. Und jetzt bitte ich immer darum, ich sage immer, ich mache alles mit, ich tauche für euch, ich reite für euch. Mit jedem Tier könnt ihr mich zusammenbringen, mit jedem Menschen. Spinne. Aber ich möchte auch nicht, das sollte ich auch dann machen, von einer 10 Meter hohen Klippe springen ins Wildwasser. Ich habe gesagt, buch den Davidov-Mann in Zukunft, ich mache es nicht mehr. Wirklich, Schluss. So, wir kommen jetzt zum Ende dieses Gesprächs, nochmal auf die kleine Farm zu sprechen. Also, das sind viereinhalb tausend Quadratmeter mitten in der Pampa bewachsen. Da flubbeln Schmetterlinge rum und Käfer, Hühner, Katzen. Wenn man Glück hat, sieht man mal ein Pferd. Ja, alles Mögliche. So, und du hast ein erstes Buch, das kam 2021, Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, inwieweit, warum es so heißt, weil du hattest von Tuten und Blasen keine Ahnung und hast so ein bisschen Learning by Doing. Genau. Und plötzlich die, wie war das Zucchini-Wort? Zucchini-Schwärme. Plötzlich die Zucchini-Schwärme. Dann hast du, was ich als sehr sinnvoll erachte, einen Podcast herausgebracht. Ja. 2022. Und wie es der Zufall so will, der läuft nicht aus, der läuft weiter, aber der lief immer regelmäßig, glaube ich, alle zwei Wochen. Genau. Ich gehe da einfach mit meiner Community, ich habe eine große Instagram-Community auch und Facebook, die sich halt auch fürs Gärtnern, fürs Homefarming interessieren. Mit denen gehe ich da durchs Gartenjahr und sage einfach, also im Januar gibt es zwei Folgen, wo sie halt dann erfahren, was ist im Januar im Garten zu tun. Genauso wie im August oder im Juni gibt es natürlich immer eine Folge zum Thema Schnecken, weil das ein großes Problem ist, wie man die wieder los wird. Und das habe ich aber eigentlich gemacht, weil ich zeitgleich auch ein Online-Magazin gegründet habe. www.homefarming.de ist kostenlos. Deswegen sage ich sie auch gerne, wo man ganz viele Tipps lesen kann und Artikel und Beiträge zum Thema Hühnerhaltung, Hühnerrassen, Hühnergehege, wie baut man das auf, was brauchen die eigentlich, die Tiere? Und dann auch Gemüse, was muss man tun für Brokkoli, wie wächst eigentlich Rosenkohl, wie breitet man Beet vor, wie baut man Hochbeet? Also die Klassiker-Themen, die gibt es kostenlos nachzulesen im Online-Magazin. Und in dieses Online-Magazin ist auch der Podcast eingebunden, sodass du eben auch es dir aufs Ohr hören, holen kannst, wenn du nicht gerne liest oder nicht gut lesen kannst oder wie auch immer, bin ich halt auch auf dem Ohr dabei und gebe Anleitung. Du wirst die Green Queen. Das wird so in fünf Jahren wird es so eingemachten Kimchi geben mit deinem Konterfei. So dann bist du in den Biomarkten wird man Zucchini, da gibt es ja auch, ja jetzt guckst du, jetzt hat der Hund, jetzt hat er reagiert. Das Wort Zucchini tatsächlich reagiert. Ja, das Wort Zucchini. Also es gibt das erste Buch, Selbstversorgung ohne Gründaum. Es gibt das zweite Buch, das Kochbuch mit der eigenen Ernte durchs ganze Jahr. Genau. Es gibt jetzt bald ein Spiel für zwei bis vier Personen. Man hat in dieser erfundenen Matrix drei Gartenjahre Zeit und kann Punkte sammeln. Es gibt aber dann Abzüge, wenn die Schnecken kommen, ne? So was in der Art. Meine Idee ist ja immer, ich will ja immer Wissen vermitteln, aber auf unterhaltsame Art und Weise. Das habe ich in all meinen Büchern gemacht. Ja. Das mache ich auch im Podcast spielerisch. Ich will begeistern und nicht belehren. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das irgendwie noch spielerischer machen? Für Kinder habe ich das Kinderbuch geschrieben, wo der Kater Jack da so durchführt, ganz spielerisch. Und bei den Erwachsenen dachte ich immer, okay, wie kannst du das machen? Und habe erst an so ein Memory-Kartensystem gedacht und habe dann ein Brettspiel tatsächlich entwickelt. Das sind doch immer meine Ideen. Und auch bei meinen Büchern übrigens auch jedes Wort ist von mir. Ich habe keinen Ghostwriter dafür. Auch die Ideen kommen von mir. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Und bei diesem Brettspiel ist es so, dass du einfach, ja, du spielst deinen Garten, du musst anpflanzen zur richtigen Zeit, ernten zur richtigen Zeit und hast Hühner in deinem Garten und sammelst Leckerpunkte. Und all das, was dich im Spiel zum Sieg führt, hilft dir auch im echten Leben. Das heißt, es werden wirkliche Abwehrmechanismen in dem Spiel gegen Schnecken und so trainiert und was du gegen Dürre machen kannst oder gegen den Kartoffelkäfer. Und das kommt jetzt aber erst Ende Mai und der Experimentierkasten für Kinder, den gibt es seit Ende Februar. Und das Kinderbuch auch schon, ich glaube sogar seit Januar, seit Februar. Sag nicht, wie es heißt, denn das müssen Sie herausfinden. Wir verlosen einmal dieses Kinderbuch und wir verlosen einmal den Experimentierkasten, meine erste Farm. Darin zum Beispiel ein fünfteiliges Mini-Hochbeet, und ein Pikierstab, genau, für Kinder. Mini-Schaufel, Radieschen, Saatgut, Pflücksalat und so weiter. Also es ist ein Full-Package, das verlosen wir einmal. Vielen Dank dafür. Und einmal das Kinderbuch. Aber dazu müssen Sie wissen, für beide Sachen, um beide Sachen zu gewinnen, müssen Sie wissen, wie heißt der Kater, der in diesem Kinderbuch im Titel ist und der einen neuen Freund sucht. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail, damit wir Sie benachrichtigen können. Ich danke dir sehr, liebe Judith. Wir haben jetzt noch einen letzten Song zum Ausstieg. Old MacDonald had a farm, das Ned King Cole Trio. Ist wahrscheinlich selbsterklärend, oder? Bestes Lied, genau, selbsterklärend. Okay. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Ich war sehr, sehr gerne zu Gast. Vielen Dank. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O, With a here, there, here, there, everywhere. Old MacDonald had a farm, Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren. Dann, Sie können ihn naantreffen. Wie bitte, wenn Sie die Ausstieg singen, wenn Sie eine Ausstiegung haben, dann, wenn Sie das in die Ausstieg in der Ausstiegung haben. wenn Sie den Ausstieg in den Ausstieg in die Ausgleichung haben. Und,